Alles ist gut, solange du wild bist, sei wild, denn werde ich umwelt. Eins, zwei, drei, braaaaaaah! Das Spiel war vorbei. Ich spürte den Luftzug. Dann donnerte die Tür der Umkleide ins Schloss und das Kaschepperwumms schnitt uns von der Außenwelt ab. Beim nächsten Hartschlag war es finster und still. So finster und still wie nach einem Kopfsprung in ein Fass Rübenkraut. Der Grund dafür war unser Trainer. Er hatte sich in die kleine Kabine gezwängt und seine massige Zwei-Meter-Gestalt baute sich jetzt direkt vor uns auf. Sein Stirnnacken stopfte sich in das Fenster der Umkleide wie ein Korken in eine Flasche und löschte das Oktober-Sonnenlicht aus, als wäre es ein Glühwürmchen am helllichten Tag. Ich, Dennis Sasselmas, der einzige Türke im Team, saß da und starrte auf meine Füße. Ja, in Augenblicken der Gefahr war das das Beste für mich. Meinen Füßen konnte ich immer vertrauen. Sie waren wie Eisenbahnschienen, sie führten mich immer ans Ziel. Und heute war dieses Ziel das Tor der wilden Fußballkerle gewesen. Am vierten Spieltag der Gruppe 8. Und so wie wir der TSG Hertha 05 die ersten drei Spiele der Hinrunde durch meine Treffer gewonnen hatten, so wie wir durch mich auf Meisterkurs waren, hatte ich auch das Tor der wilden Karler fünfmal erreicht. Fünfmal hatte ich mich bis zum Kasten der Schwarzen mit den knallorangenen Stutzen durchgekämpft und schon beim ersten Versuch stand ich allein vor dem Tor. Das könnt ihr mir glauben. Deshalb spielte ich auch nicht mehr ab. Es war niemand da außer mir. Ich konnte niemanden sehen. Oder doch? Beim fliegenden Orient-Teppich. Plötzlich wurde ich auf allen vier Seiten umstellt. Ja, viermal. Von einem einzigen Spieler. Von der Nummer 8. Juli, riefen sie ihn. Juli, Huckleberry, Thor, Knox, die Viererkette in einer Person. Trotzdem versuchte ich alles. Mit sturem Blick auf meine Füße drippelte und drehte ich mich um mich herum, bis mir schwindelig wurde. Der Rasen unter mir vollführte einen astreinen Looping. Ich dotzte auf meinen Po. Das Leder war weg. Und am Spielfeldrand pfiff und dampfte Friedrich Böckmann, unser Trainer, wie eine Wasserpfeife auf einem Vulkan. Ich kann es nicht fassen, raufte er sich den Haarkranz um seine puterrote Glatze. Dennis, du Türke-Dickschädel, warum spielst du nicht einfach mal ab? Ich stierte in seine Richtung. Abspielen? Verflixt, seit wann besaß Böckmann Humor? Ich war allein vor dem Tor. Sollte ich mit mir selber Doppelpass spielen, grummelte ich, stand auf und rannte direkt in unseren Mittelstürmer hinein. Du fette Kebab-Bude, pass doch mal auf, schimpfte ich und hatte nicht die leiseste Ahnung, wo der so urplötzlich hergekommen sein konnte. Beim zweiten Angriff machte ich dann alles viel besser. Zwanzig Meter Lokomotiven-Alleingang katapultierten mich bis zur Torauslinie des Gegners und dort ließ ich mir diesmal nicht so viel Zeit. Aus sechs Metern zog ich ab, ansatzlos und unhaltbar zischte der Ball auf das kurze Eck zu. Doch der Kieper, der schwarz mit den Knallorangen und Stutzen, fischte ihn mit dem linken Fuß von der Linie, als hätte ich ihm die Kugel nur zugerollt. Wow, dachte ich, und hörte, wie die wilden Kerle ihrem Schlussmann zu dieser Tat gratulierten. Markus nannten sie ihn, den Unbezwingbaren. Das schien kein bisschen übertrieben zu sein. Doch unser Trainer sah das ganz anders. Dennis! Spuckte Böckmann von der Seitendiene auf das Feld. Dennis, ich! Zu mehr kam er nicht mehr. Markus' Fußabwehr landete nämlich bei der Nummer 10 der Nachtschwarzen Wilden. Malon hieß der, und genau dieser Malon, die Nummer 10, pflückte den Ball mit dem Spann aus der Luft, als hätte man ihn mit Sekundenkleber besprüht, ließ seinen heranpreschenden Gegenspieler mit einem Hackentrick stehen und passte, ohne auch nur einmal zu schauen, hart und intuitiv nach rechts vorn. Dort schoss das Leder in die Tiefe des Nichts. Das dachten wir jedenfalls. Ja, das dachte sogar unser Trainer. Nein, nicht! Lass ihn laufen! Der geht ins Aus! brüllte er in seinem lila Trainingsanzug und sah luftschnappend zu, wie der unerreichbare Steilpass doch noch seinen Meister fand. Die wilde Vier schloss nämlich zum Ball auf. Die Kugel schien plötzlich rückwärts zu rollen. So schnell war der Karl. Und dann beim fliegenden Orient-Teppich gab der schwarze Rechtsaußen erst richtig Gas. Uns blieb nur noch die Zeit, seinen Namen auf dem Rücken des Trikots zu lesen. Fabi, der schnellste Rechtsaußen der Welt. Dann flankte er schon halb hoch nach innen und dort tauchte der Mittelstürmer, die 13, am 16er auf. Drei unserer Abwehrspieler stürzten sich ihm entgegen. Leon, der Slalom-Drippler, wie er sich nannte, hatte gegen die nicht den Hauch einer Chance. Doch das Schlitzohr dachte gar nicht ans Trippeln. Er nahm den Ball gar nicht erst an. Beim Aufticken der halbhohen Flanke schob er seinen rechten Fuß blitzschnell unter die Kugel und lupfte sie hoch. Sprachlos wirbelten unsere Abwehrspieler herum, reckten ihre Köpfe zum Himmel empor und folgten, wie unser Trainer, der Flugbahn des Leders, das sich jetzt in Zeitlupe auf den Elfmeterpunkt senkte, direkt auf den wilden Kerl, der dort bereits stand. Kupferhäutig und mit pechschwarzen Locken hob der Junge vom Rasen ab. Und während er die Kugel mit einem Fallrückzieher Salto unter die Querlatte drosch, zeigte er uns seinen Rücken. Die 19 war er. Rocke, der Zauberer. Sohn von Giacomo Ribaldo, dem brasilianischen Fußballgott bei den Bayern. Das 0 zu 2 schoss die Nummer 7, Felix der Wirbelwind. Und als der nicht mehr konnte, weil sein Asthma ihm die Lunge fast zerriss, kam Jojo für ihn. Jojo, der mit der Sonne tanzt. Die Nummer 12. Jojo tanzte auf links, und obwohl er keine Fußballschuhe besaß, tanzte er in seinem mit Pflastern und Schnüren geflickten Sandalen durch unsere Reihen hindurch, spielte einen doppelten Doppelpass mit Leon, ließ unsere Abwehr wie Tattergreise aussehen und schoss den Ball, als er nur noch eine Gegenspieler zu überwinden hatte, urplötzlich wieder zurück und der Nummer 11 direkt vor die Füße. Maxi, Tippkick, stand auf seinem Trikot. Und was das heißen sollte, wurde mir im nächsten Augenblick demonstriert. Ich rannte direkt auf ihn zu. Der würde nie zum Schuss kommen, das schwor ich mir, und grätschte in seinen Lauf. Der Ball war so sicher wie aus. Doch Maxi schlug einen Haken. Blitzschnell und schnörkellos drehte er sich nach rechts. Ich sah noch sein berühmtes, lautloses, grinsendes Lächeln, dann zog er ab. Wum! Wie eine Kanonenkugel schoss das Leder auf unser Tor zu. Der Keeper ballte die Fäuste und warf sich gegen den Schuss. Wum! Donnerte es ein zweites Mal über den Platz. Unser Torwart erbebte mitten im Sprung und die Kanonenkugel riss ihn ins Netz. Das 0 zu 3 ließ selbst unseren Trainer verstummen. Böckmanns Haarkranz stand elektrisiert vom Kopf ab und seine Glatze glühte wie Lava im Krater eines Vulkans. Ich musste was tun. Unbedingt musste ich das. Sonst würden alle unter dieser Lava erstickt. Deshalb rannte ich los. Holte den Ball aus dem Netz, sprintete mit ihm zum Anstoßkreis und schrie gegen die wilden Fußballkerle über den Platz. Verzieht euch endlich in eurer Hälfte! Ich will weiterspielen! Habt ihr gehört? Doch die wilden Kerle standen auf ihren Posten. Es waren meine Mannschaftskameraden, die sich Zeit ließen. Mit hängenden Köpfen tapten sie über das Feld. Ihre Füße klebten fest wie auf türkischem Honig. Dreibeinige Ochsenfrosch, war das peinlich! Doch ich sagte kein Wort. Jedes Wort hätte die Sache nur noch schlimmer gemacht. Deshalb wartete ich. Ich wartete eine Ewigkeit, bis der Rechtsaußen endlich neben mir stand. Erst dann zischte ich. So, jetzt sind wir dran. Ist das klar? Er schaute mich an, als redete ich chinesisch. Und als der Schiedsrichter pfiff, rührte er sich immer noch nicht. Berühr doch endlich den Ball! Fluchte ich, und als er das schließlich tat, rannte ich mit dem Leder davon, den Blick auf meine Füße gerichtet. Schoss ich wie auf Schiene nach vorn. Geradeaus, ohne Umweg, direkt auf das Tor der Nachtschwarzen zu. Aus den Augenwinkeln sah ich Schatten vorbeihuschen. Leon der Slalom-Drippler, Marlon die Nummer 10, und Juli, Huckleberry vor Nox, rutschte gleich viermal unter meinen Füßen hindurch. Sie rutschten und grätschten alle ins Leere. Und dann zog ich ab. Ich. Und nicht Maxi, Tippkick Maximilian, der Mann mit dem härtesten Schuss auf der Welt. Und ich schoss das Leder auch nicht direkt auf den Mann. Ich schoss mit dem Außenriss, halb hoch. Und so sehr sich Markus, der Unbezwingbare, auch reckte und streckte. Der Ball drehte sich weiter und weiter nach rechts, streifte den Innenpfosten und sackte ins Netz. Dung, sumpf, machte es und nicht wumm, wie beim Maxi. Aber das Resultat war dasselbe. Ich kann es nicht glauben. Habt ihr es wirklich geschafft? Nörgelte Böckmann und drehte sich zu den Zuschauern um. Habt ihr das eben gesehen? Diese Blindfische schießen ein Tor. Das war mehr Lob, als ich aushalten konnte. Unser Trainer kühlte mindestens um 140 Grad ab. Spott tut halt gut und mich trieb er an. Hehe, das war ironisch gemeint. Doch trotzdem hatte ich zwei Minuten später wieder den Ball, marschierte mit ihm an der rechten Außenlinie entlang, ließ Maxi, Jojo und Rocke links neben mir stehen und nahm mit aller Wut Maß. 20 Meter vom Tor entfernt war das Größenwahn pur, besonders wenn ein Karl wie Markus im Tor stand. Doch meine Wut und meine Angst waren größer. Die Angst vor der Lava und dem Sternenhahrkranz um sie herum. Ich traf den Ball ganz primitiv mit der Picke, dem Bauernspitz. Doch das war egal. Wie ein Blitz zischte er eine Handbreit über das Gras und schlug in der linken unteren Torecke, unhaltbar für den Unbezwingbaren, ein. Zumpf, machte es dieses Mal nur. Und dann war es still. Die wilden Kerle schauten sich an, als wüssten sie nicht, was mit ihnen passiert. Zwei zu drei stand es jetzt. Alles war wieder offen. Und ich rannte stolz an unserem Trainer vorbei. Hey, Frieder Harig, rief ich und grinste ihn an. Hab ich das gut gemacht? War mein Schuss nicht abgrundtief böse gemein? Doch mein Trainer holte zum ersten Mal seit dem 0 zu 3 wieder Luft. Wie ein Monster tauchte er aus einem Meer von Wut auf. Ich werde dir gleich zeigen, was böse ist und gemein. Ab in deine Hälfte mit dir oder soll ich dir Beine machen? Hachi Ben Ali, falls du das noch nicht mitgekriegt hast, wir liegen zurück! Natürlich wusste ich das. Und ich wusste auch, dass ich besser daran tat, das zu verändern. Sonst würde die Zeit nach dem Schlusspfiff ein Horrorfilm sein. So was wie Jurassic Park 5. Ich konnte den Wiederanpfiff kaum noch erwarten. Es blieb uns nur noch eine einzige Minute. Dann war das Spiel aus und vorbei. Und die wilden Kerle ließen sich verständlicherweise mehr als viel Zeit. Sie wechselten noch einmal aus und für Leon kam jetzt ein Junge mit langen, rotbraunen Zotteln. Er stellte sich vor mir auf, grinste mich an, nahm den Ball von Marlon entgegen, tunnelte mich und stürmte mit dem Leder davon. Ich schaute ihm nach, als hätte mich ein boxendes Känguru ausgenockt. Die Rückennummer des Jungen war die 5, doch darüber stand klar und ganz deutlich Vanessa die Unerschrockene. Dreibeiniger Ochsenfrosch, fliegender Orientteppich und sechsfach geknutschtes Mamasöhnchen. Mich hatte ein Mädchen verladen. Oh Mann, war das peinlich. Und als ginge es um Leben und Tod, sauste ich hinterher. Kurz vor dem Strafraum holte ich auf. Doch Vanessa wusste längst, dass ich kam. Sie hat auch am Hinterkopf Augen. Sie ist eine Spinne, das sage ich euch. Und deshalb wartete sie nur, bis ich grätschte. Dann spielte sie ab. Einen blitzschnellen Doppelpass mit Fabi, dann mit der Hacke nach links. Dort kam ein wilder Kerl aus dem Nichts und holte aus vollem Lauf aus. Mit weit aufgerissenem Mund und riesigen Augen hinter einer Coca-Cola-Glasbrille schoss er mit links. Seine roten Locken wehten wie Feuer um seinen Kopf. Und die 99 auf seinem Rücken machte ihn cool. Übercool. Und genauso übercool dotzte Rabban der Held noch beim Schuss auf den Po und donnerte den Ball drei Stockwerke hoch über das Tor. Verflixte Hühnerkacke, begann er zu fluchen und hörte gar nicht mehr auf. Den habe ich wohl ein bisschen verzogen, sagt Rhinoceros Pups. Es war auch gar nicht so einfach. Ich habe ihn mit links nehmen müssen. Mit links, hört ihr. Mit meinem schwächeren Fuß. Beim Fettnäpfchen Flaschengeist. Doch die wilden Kerle trabten einfach zurück. Nicht einmal ihr Trainer, der in seinem Nadelstreifenanzug am Spielfeldrand stand, sagte ein Wort. Ja. Und Vanessa lief sogar zu dem Trottel hin und gab ihm einen freundlichen Klaps. Vergiss es, sagte sie einfach zu Rabban. Und dann liefen beide zurück. Ich aber blieb am Strafraumrand stehen. Der Torwart spielte mir den Ball zu und wollte ihn zum Hochabstoß wieder zurück. Doch ich dachte gar nicht daran. Ich stürmte los über das Feld. Freund und Feind huschten schemenhaft an mir vorbei. Dann tauchte der Platz in milchigen Nebel. Auf jeden Fall sah es so für mich aus. Doch ich war das gewohnt. Ich schaute einfach auf meine Füße. Auf die Füße und auf den Ball. Dann sah ich das Tor der wilden Kerle vor mir. Langsam schälte es sich aus dem Dunst. Genauso wie Juli Huckleberry vor Knox. Der lauerte rechts. Und den kannte ich schon. Zu dem wollte ich auf gar keinen Fall. Deshalb schlug ich einen Haken nach links. Dort war der Weg wieder frei. Frei bis zum Tor. Nur Markus, der Unbezwingbare, war noch da. Ja, ihn musste ich überwinden. Und er kam jetzt prompt auf mich zu. Ich zögerte kurz, überlegte, ob ich ihn ausspielen sollte und hörte die Rufe der anderen Stürmer. Vorsicht, Hintermann, Dennis, die Acht! Das war Juli Huckleberry vor Knox. Und unser Trainer tobte und schrie, Verfluchter Dürken Dickschädel, spiel endlich ab! Aber wohin sollte ich passen? Um mich herum war dichter Nebel. Das wusste ich und ich hatte keinen Hatschlag mehr Zeit. Hinter mir drohte die Viererkette in einer Person und vor mir warf sich der Unbezwingbare furchtlos gegen den Ball. Ich schaffte es gerade noch, legte den Ball mit rechts auf links vor und schob ihn unter Markus hindurch. Langsam kullerte das Leder auf das Tor zu, in die lange Ecke hinein. Juli sprang über mich drüber, machte sich lang und grätschte mit einer Affengeschwindigkeit Richtung Ball. Doch es reichte nicht aus. Er streifte die Kugel nur leicht und die eierte weiter, erreichte die Linie und musste nur noch einen Ballumfang weiter. Dann war sie im Tor. Unser Trainer sprang in die Luft. Ich liebe dich, Dennis! Doch noch in der Luft änderte er seine Meinung. Nein, das tue ich nicht, ich bring dich um! Denn jetzt schoss ein Zwerg aus dem Nichts. Er war höchstens sechs Jahre alt, schoss den Ball von der Linie ins Spielfeld zurück und jubelte, als hätte er einen Treffer erzielt. Ich habe ihn, Juli! Ich habe ihn erwischt! rief er, umarmte seinen älteren Bruder, küßte ihn ab, bekam einen deftigen Faustschlag dafür und fiel direkt vor mir auf den Bauch. Ungläubig starrte ich auf das X. Das war statt einer Zahl auf seinen Trikotrücken gedruckt. Dann hob der kleine Giftswerg den Kopf. Hey, hallo, du Türkendickschädel, grinst er frech. Ich bin Joschka, die siebte Kavallerie. Und zur Bestätigung dieses Satzes pfiff der Schiedsrichter ab. Ich stand auf und trottete quer durch den Sechzehner der wilden Fußballkerle vom Platz. Ich stapfte an allen vorbei. An unserem Mittelstürmer, der am Elfmeterpunkt stand, und an unserem Linksaußen am Strafraumrand. Auch ein Mittelfeldspieler wäre frei gewesen, ebenso wie die anderen beiden. Ich hätte nur passen müssen. Dann hätten sie das Tor schon gemacht. Und dann hätten wir das Spiel nicht verloren. Doch stattdessen saß ich jetzt in der Umkleide wie in einem Fass Rübenkraut und spürte den heißen Atem unseres Trainers in meinem Gesicht. Über zwei Meter groß stand er vor mir und sammelte die Gemeinheiten, die er gleich auf mich loslassen würde. Zwei zu drei, zwei zu drei, ich kann es nicht fassen. Die waren ja jünger als ihr. Die hat man gerade erst aus der Pampers-Liga entlassen. Doch was sage ich euch? Ihr solltet dort spielen. Ja, genau. Oder besser noch, wir machen eine Mädchenmannschaft aus euch. Wir schlitzen eure Trikotsen auf und machen Ballettröcke daraus. Zum Teufel! spuckte er aus. Ihr seid der erbarmlichste Haufen von Möchtegern-Kickern, den ich je trainiert habe. Aber Herr Friederhaarich, traute ich mich, die haben noch niemals verloren. Drei Spiele und nur einmal unentschieden, die sind echt wild. Wie bitte? fuhr unser Trainer herum. Warum kannst du denn noch reden? Nur wer nach dem Spiel kotzt, hat auch alles gegeben. Wie oft habe ich dir das schon gesagt? Ich starrte auf meine Füße. Doch unserem Trainer reichte das nicht. Ja, und damit sind wir beim Grund für dieses Desaster, zischte er und macht einen Schritt auf mich zu. Dennis, Dennis, der Türken-Dickschädel, er hat alles versiebt. Ich sagte nichts. Ich hatte zwei Tore geschossen. Wegen ihm sind jetzt nicht mehr wir, sondern die wilden Fußballkarle auf Meisterschaftskurs. Hey! Ich rede mit dir, rief er und spuckte auf meine Schuhe. Los! Schau mich an! Das tat ich dann auch. Langsam hob ich den Kopf. Doch ich konnte ihn in dem dampfenden Raum kaum erkennen. Deshalb blinzelte ich. Tja, so ist es gut, spottete Böckmann. Schaut ihn euch an. Seht ihr, wie schief er schielt? So einer kann überhaupt gar nicht treffen. So einer spielt auch keinen einzigen Pass. So einer ist ein Verlierer. Eine Schande fürs Team. Aber friederhaarig, flüsterte ich. Der rothaarige Junge, der mit der Coca-Cola-Glasbrille, der hat auch daneben geschossen. Ha, hat er das wirklich, Achmed? Äffte Böckmann mich nach. Was du nicht sagst. Dann tu dich doch mit ihm zusammen. Los! Raus mit dir! Ich kann deine Visage nicht mehr ertragen! Ich schaute ihn verständnislos an. Ich hatte zwei Tore geschossen. Ja, und die letzten drei Spiele hatten sie durch meine Treffer gewonnen. Da kickte mir der Trainer gegen mein Bein. Bist du taub? Schrie er mich an und seine Lavaglatze drohte zu explodieren. Deshalb stand ich auf, packte meine Sachen zusammen, nahm meine Tasche das wertvollste, was ich neben meiner alten, viel zu großen Motorradjacke besaß und stapfte aus der Umkleide raus. Montag im Training hatte sich Böckmann bestimmt wieder beruhigt. Ja, und dann war alles bestimmt wieder gut. Doch bevor ich die Tür hinter mir zumachen konnte, pfiff mich mein Trainer nochmal zurück. Ach ja, und eines habe ich vergessen. Sagte er mit dem fiesen Grinsen eines Trolls, der im Märchen die Kinder auffrisst. Hachi Ben Halif! Ich will dich nie wieder sehen. Jetzt war es still. Du bist raus aus dem Team, Türke! Hast du das endlich kapiert? Ich schaute ihn noch einmal an, warf einen Blick in die Runde meiner Mannschaftskameraden, erkannte, dass mich niemand aufhalten würde, drehte mich um und ging. Ein gefährliches Angebot Draußen vor der Umkleide traf ich auf die wilden Kerle und ihren Trainer und geriet mitten in ihren Pulk. Hallo, Türken Dick Schädel, begrüßte mich Joschka, die siebte Kavallerie, und Markus, der Unbezwingbare, schloss zu mir auf. Die beiden Tore waren gigantisch, gratulierte er mir. Absolut unhaltbar. Ich schaute ihn überrascht an. Er wollte noch etwas sagen, da drängte sich Leon zwischen uns durch. Hey, Julis Mutter kocht heute für uns, und wer vor Willis Mofa auf Kamelo ist, der muss nicht spülen. Los, auf die Räder mit euch, rief er, Klopfte seinem Trainer auf die Schulter und grinste. Oder ist das nicht fair? Die wilden Kerle lachten und stürmten los. Und ob das fair ist, Willi spült ab. Hola, das werden wir sehen, rief Willi. Okay, aber wenn ich gewinne, bügelt ihr meinen Nadelstreifenanzug. Jeder einmal. Dann gab er Gas, so schnell er konnte, hinkte er hinter den Jungen her, und ich beobachtete sie neidisch. So sieht eine echte Fußballgang aus. Eine, die immer gewinnt. Das dachte ich, wischte mir den Rotz von der Nase und stapfte los. Ich wusste gar nicht, wohin. Zu Hause waren meine Eltern nur an einem Sieg interessiert. Sie träumten davon, dass ich das Zeug dazu hatte, ein Fußballprofi zu werden. Sie wünschten sich das, und ich und meine Füße wollten ihnen diesen Wunsch nur zu gern erfüllen. Doch was sollte ich ihnen jetzt sagen? Der TSG Hertha 05 war die dritte Fußballmannschaft in Folge, aus der man mich rausgeworfen hatte, und immer war es dasselbe Problem. Da rief hinter mir jemand meinen Namen. »Hey, Dennis!« Ich drehte mich um und sah Willi, wie er in seinem Nadelstreifenanzug neben dem Mofa stand. »So heißt du doch. Dennis.« »Hab ich recht?« Ich nickte vorsichtig und wartete auf eine blöde Bemerkung. Doch Willi schob nur seine rote Baseballmütze in den Nacken und sagte verlegen, »Bist echt gut, Dennis. Mach weiter so.« Ich schluckte und zog die Nase hoch. »Was will der komische Karl von mir?« dachte ich. Und dasselbe dachte wohl Fabi. »Wo bleibst du denn, Willi?« warnte er. »Die anderen sind schon 500 Meter weit vorn.« Dabei musterte mich der schnellste Rechtsaußen der Welt so misstrauisch, wie er nur konnte. »Heiliger Muckerfuck, Willi, wenn du uns so viel Vorsprung lässt, macht es überhaupt keinen Spaß!« Willi schaute ihn an, sah sein Misstrauen und nickte. »Okay, da hast du recht.« Er warf sein Mofa an und fuhr los. Doch er fuhr einen Bogen und kam ganz nah an mir vorbei. »Hey, Dennis, wir trainieren jeden Tag ab halb fünf, im Teufelstopf. Das ist in Grünwald«, rief er mir zu, und raste davon. Doch Fabi blieb noch zurück. Sein Misstrauen war offener Feindschaft gewichen, und es war mein Pech, dass ich das nicht erkennen konnte. Ihr wisst schon, der Nebel. Deshalb glaubte ich, dass er mich mochte, und ich winkte ihm sogar noch zu. Doch Fabi dachte gar nicht daran, den Gruß zu erwidern. Er riss sein Fahrrad wie ein Pony herum und jagte so schnell davon, dass er bestimmt nicht abspülen musste. Pass gut auf sie auf. »Und, wie hoch habt ihr diesmal gewonnen?« fragte mein Vater, als ich in unser Wohnzimmer kam. Er saß auf dem Sofa und schaute im Fernsehen ran. Meine Mutter kam sofort aus der Küche, als sie die Frage hörte, und Tolga und Boram, meine beiden Brüder, die auf dem Teppich vor dem Fernseher lagen, hoben interessiert ihre Köpfe. Die Bundesliga war plötzlich zur Nebensache geworden, und es interessierte auch niemanden, wo ich mich den ganzen Tag bis zum Abend rumgetrieben hatte. »Wir haben Neu-Perlach 11 zu 0 weggeputzt«, grinste Tolga, der, obwohl noch nicht einmal sieben, schon zur F1 der Münchner Löwen gehörte. »Und wir haben Poing geschlagen. 9 zu 1«, beeilte sich Boran. Er war zwölf und spielte beim FC Freimann. »Ja, und drei der neun Kisten kamen von mir, obwohl ich Verteidiger bin.« »Ich habe fünf geschossen«, wetteiferte Tolga, »fünf und zwei davon mit dem Kopf.« Mein Vater streckte sich stolz, und meine Mutter strich Tolga über das Haar. »Und? Was ist mit dir?«, fragte sie. »Dennis, wie oft hast du getroffen?« Ich schluckte. Dann sagte ich leise, »zwei.« »Ich habe zwei Tore geschossen.« »Aber der Trainer der anderen hat mich gefragt, ob ich bei ihm spielen will.« Mein Vater pfiff durch die Zähne. »Wow! Das ist cool, Boran. Tolga. Habt ihr das gehört? Man reißt sich um Dennis. Er ist begehrt. Und ich wette mit euch, bald werden sich die Bayern um ihn bewerben.« »Das glaube ich nicht«, petzte Tolga. »Dennis hat heute verloren. Zwei zu drei. Und das gegen ein jüngeres Team.« »Ich bin selbst noch ein Jahr zu jung für die E1«, konterte ich. »Genau. Und deshalb spielst du auch wie in der Pampers-Liga«, spottete Boran. »Du gibst nie ab. Du hast es versiebt, und der Karle Böckmann hat dich zum Teufel gejagt. Du bist raus aus dem Team.« Das Gesicht meines Vaters verdunkelte sich. »Einen Moment«, stammelte er. »Sagt es noch mal.« »Böckmann hat ihn aus der Mannschaft geworfen«, höhnte Tolga, und Boran fügte hinzu. »Dennis hat es versiebt. Ein einziger Pass, und sie hätten heute gewonnen.« Mein Vater stand jetzt ganz langsam auf. »Ist das wahr?«, flüsterte er. »Dennis, ich hoffe, dass das alles nicht stimmt.« Ich schluckte, aber ich konnte einfach nicht lügen. »Doch«, nickte ich. »Sie haben recht.« »Nein, das haben sie nicht«, sagte meine Mutter entsetzt. »Dennis, das ist das dritte Mal, dass dir sowas passiert.« »Ja, aber die wilden Kerle, ich meine, ihr Trainer, der Herr will doch, dass...« »Du bleibst da, wo du bist«, donnerte mein Vater. »Und am Montag gehst du zu diesem Herrn Böckmann und bittest ihn, dass du wieder mitspielen darfst. Haben wir uns verstanden?« »Aber er will mich doch nie wieder. Krieg das hin, oder du kannst das Fußballspiel vergessen«, fuhr mir mein Vater über den Mund. »Und jetzt ab, in dein Zimmer. Ich will dich nicht sehen.« Jetzt war es still. Im Fernsehen schoss Schalke gerade ein Tor, doch der Jubel der Fans wurde von dieser Stille erstickt. Alle schauten mich an, und ich ertrank im Blick meines Vaters. Seine Augen waren so oft die lustigsten und stolzesten Augen der Welt. Doch jetzt waren sie unbarmherzig und hart. Ich suchte Hilfe bei meiner Mutter, aber die schüttelte nur ihren Kopf. Es blieb mir nichts anderes übrig. Ich ging in das Zimmer, das ich mit meinen Brüdern Boran und Tolga teilte, und pfefferte die Sporttasche zusammen mit meiner uralten und viel zu großen Motorradjacke gegen die Wand. Dort blieb sie liegen, und dort lag sie noch, als die Nacht hereinbrach. Ach, man konnte sie kaum noch sehen. Draußen lachten meine Eltern und meine Brüder. Wie jeden Samstag spielten sie Partytime. Ich liebte das Spiel, und ich liebte die Samstagabende, an denen wir es spielten. Irgendwann gingen meine Brüder ins Bett. Ich gab vor, schon zu schlafen, doch in Wirklichkeit lugte ich unter der Bettdecke vor und schaute zu der Tasche hinüber. Mein Vater hatte sie mir geschenkt, zu meinem letzten Geburtstag. Pass gut auf sie auf, hatte er damals gesagt. Irgendwann trägst du sie als Profi in ein Bundesliga-Stadion hinein. Ich lachte und schüttelte meinen Kopf. Doch mein Vater packte mich bei den Schultern und schaute mir ganz tief und ernst in die Augen. Doch, das wirst du, ganz bestimmt wirst du das. Du bist mein Sohn, Dennis. Und wenn du dann in dieses Stadion gehst, mit der Sporttasche in der Hand, wirst du wissen, wie sehr ich schon jetzt an dich glaube. Damals nahm er mich ganz fest in den Arm. Und so sehr ich mir wünschte, dass er das jetzt in diesem Augenblick noch einmal tat, so genau wusste ich auch, dass ich niemals zu Böckmann zurückgehen würde. Dafür war ich zu stolz. Und außerdem wollte ich immer im besten Team spielen. Ich wollte immer nur siegen. Ja, und deshalb frage ich euch. Welche Fußballmannschaft ist besser als die der wilden Fußballkerle EW? Ich werde es euch allen beweisen. Am Montag verließ ich den Hort schon eine Stunde früher als sonst. Um drei Uhr nachmittags schob ich meine Sporttasche zum Klofenster raus und kletterte heimlich hinter ihr her. Dann robbte ich über die Wiese, schlüpfte hinter dem Hausmeisterschuppen unter dem Maschendrahtzaun hindurch auf die Straße und rannte so schnell ich konnte davon. Rechts neben mir ragten die Mietshäuser des Karl-Orff-Bogens in den Himmel empor. In der Nummer neun wohnten wir. In der neunten Etage. Das taten wir, weil ich einmal die größte Nummer neun werden würde, die es auf der ganzen Welt gab. Das hatte mir mein Vater versprochen, als wir in die Wohnung einzogen. Doch der Karl-Orff-Bogen lag in Freiman. Im Norden von München und Grünwald war im Süden genau am anderen Ende der Stadt. Ich war eine Weltreise von den wilden Kerlen entfernt und damit auch eine Weltreise entfernt von dem Ziel, jemals wieder als Nummer neun spielen zu können. Doch ich würde es schaffen. Ich würde es allen beweisen. Mich warf niemand mehr aus einer Mannschaft heraus. Und mit diesem Entschluss marschierte ich auf die U-Bahn zu. Als erstes musste ich zum Sendlinger Tor. Dahin fuhr die U-6. Ich hatte alles geplant und Fräulein Hexerich, meine alte grantige Hortlehrerin, hatte mir dabei begeistert geholfen. Ja, jetzt könnt ihr mal richtig laut lachen. Sie hatte fast einen Luftsprung gemacht, als ich ihr nach den Hausaufgaben meinen Plan erzählte. Nein, natürlich nicht, dass ich ausbüchsen wollte und auch nicht von der Idee, allein mit neun Jahren durch die ganze Stadt zu fahren. Das hätte sie niemals erlaubt. Nein, ich erzählte ihr einfach, dass ich vorhatte, einen Aufsatz zu schreiben. Freiwillig natürlich, weil mir plötzlich so danach war. Einen Aufsatz über einen kleinen Jungen, der wie ich in Freimann wohnte und der nichts anderes wollte, als eine arme und alte und kranke und gehbehinderte Oma in Grünwald zu besuchen. Meine Hortlehrerin fiel das Kinn auf die Brust und für einen Augenblick war ich fest davon überzeugt, dass meine Geschichte zu dick aufgetragen war. Sie passte doch eher zu einem siebenjährigen Mädchen mit einer Angorameerschweinchenzucht. Doch Fräulein Hexerich liebte diese Mädchen so sehr, wie sie uns hasste. Uns Jungen, die laut waren und immer nur wild, immer wollten wir stärker und größer und besser sein als die anderen und das hasste sie so, dass sie sich wünschte, auf einer Mädchenschule zu sein. Genau. Und dieser Wunsch ging für sie jetzt in Erfüllung. Fräulein Hexerich fiel das Kinn jetzt bis in den Schoß. Sie konnte es einfach nicht fassen. Tennis der Türke. Das Schlimmste von allen männlichen Kindern hatte sich freiwillig in ein Mädchen verwandelt. Nachdem sie ihr Kinn auf dem Fußboden wiedergefunden hatte, sprang sie von ihrem Stuhl, zog eine U-Bahn- und Straßenbahnkarte vor die Tafel und beantwortete meine Fragen. Immer wieder erklärte sie mit dem Weg. Zuerst mit der U6 bis zum Sentecator, dann umsteigen in die U1, zwei Stationen Richtung Mangenfallplatz und am Wettersteinplatz dann in die Straßenbahn. Aber dort muss dein Junge aufpassen. Hörst du, nur die 25 fährt bis nach Grünwald, die 15 kehrt schon an der Großhesselower Brücke wieder zurück. Wo wohnt denn die Oma überhaupt? fragte sie mich und zog eine andere Rollkarte mit dem Stadtplan von Grünwald von der Decke herab vor die Tafel. Im Teufelstopf, antwortete ich verschmitzt und gerissen und sofort begann Frau Hexerich mit der Suche. Im Teufelstopf, im Teufelstopf, murmelte sie, durchkämmte das Straßenregister der Karte vergeblich und drehte sich urplötzlich und deutlich erregt zu mir um. Im Teufelstopf zischte sie so argwöhnisch und schnippisch, wie ich sie kannte. Denn ich, nimmst du mich auf den Arm? Aber nein, bestimmt nicht, schüttelte ich meinen Kopf. Bist du da sicher? hakte sie nach. Tausendprozentig, Frau Hexerich. Ich gebe Ihnen mein Abracadabra-Ehrenwort. Hm, brummte sie. Ich weiß nicht so recht. Aber ich weiß ganz genau, was ich tue. Glauben Sie mir, ich muss nur vorher mal pinkeln. Dennis, schreckte sie auf. Entschuldigung, ich meine, ich muss mal wohin. Nein, darf ich das nicht? Frau Hexerich schnaufte. Sie musterte mich und für einen Moment dachte ich, jetzt hat sie mich doch noch durchschaut. Doch das war ein Lehrer-Trick. Mit dem konnte sie Erstklässler einschüchtern, aber nicht mich. In Wirklichkeit hatte sie keine Ahnung davon, was ich vorhatte. Ja, und deshalb setzte sie sich auch wieder hin, nahm ihre Lektüre und während sie las, gab sie mir mit der linken Hand die Erlaubnis zu gehen. Den Rest kennt ihr schon. Ich kletterte aus dem Klofenster, robbte über den Rasen, schlüpfte unter dem Zaun hindurch auf die Straße und fuhr mit der U6 zum Sendlinger Tor. Dort verließ ich den Zug und dort wurde es mir zum ersten Mal mulmig. So viele Menschen drängten sich um mich herum und sie waren alle erwachsen. Das heißt, sie waren größer als ich. Ihre Köpfe verdeckten die Schilder und wenn ich einmal nahe genug unter einem Schild stand, um es lesen zu können, schubsen sie mich sofort wieder weg. Die Leute schubsen mich mindestens eine Viertelstunde herum und als ich endlich den Bahnsteig der U1 erreichte, passte ich nicht genau auf, so erleichtert war ich. Die Anzeige Rotkreuzplatz verschwamm in dem Nebel, der mich wie immer umgab und wurde zu Mang Fallplatz. Deshalb stieg ich in die falsche Fahrtrichtung ein, fuhr zwei Stationen weiter, so wie es mir Frau Hexerich eingebläut hatte, kam über eine ehrwitzig lange Rolltreppe an die Oberfläche zurück und befand mich auf einem riesigen Platz. Das musste der Wettersteinplatz sein. Davon war ich überzeugt. Und deshalb schenkte ich weder dem Schriftzug über dem U-Bahnausgang noch den Straßenschilder Beachtung. Die riefen mir zu, »Dennis, du bist am Königsplatz!« Doch ich hörte sie nicht. Ich suchte nach einer Straßenbahnhaltestelle, lief von einer Seitenstraße in die nächste und wusste am Ende gar nicht mehr, wo ich war. Ich hatte mich komplett verirrt. Und der Nebel, der mich immer umgab, verschluckte alles, was ein paar Meter von mir entfernt war. Ein heiß-kaltes Kribbeln lief mir den Rücken hinunter und ich bekam Angst. Warum war ich nicht zu Hause geblieben? Der Hort würde gleich schließen und dann würde das Training beginnen. Ich würde mit Böckmann reden, dem Lavaglatzkopf, und vielleicht würde er mir ja verzeihen. Böckmann liebte es, wenn man sich erniedrigen ließ. Bei jedem Training musste mindestens einer vor ihm im Dreck kriechen und meistens erwischte es mich, Dennis, den Türkendickschädel. Und genau das wollte ich nicht. Dafür war ich zu stolz. Ich war ein Sieger, die Nummer neun. Deshalb vergaß ich das heiß-kalte Kribbeln, biss die Zähne zusammen und marschierte weiter, bis ich einen Taxi standfand. Wenn man nicht weiter weiß, muss man halt fragen. Das hatte uns unsere Lehrerin schon in der ersten Klasse erzählt und deshalb ging ich zum Taxifahrer, der in seinem Wagen hockte und Zeit umlas. Entschuldigen Sie, wie komme ich zum Wettersteinplatz? fragte ich und zeigte mein freundlichstes Lächeln. Der Taxifahrer hob langsam den Kopf. Er musterte mich und erkannte natürlich sofort, dass ich auf keinen Fall ein Fahrgast war. Also drückte der Mistkerl auf einen Knopf neben sich und ohne ein Wort surrte die Fensterscheibe nach oben. Nun, dafür eilte der Tabakhändler, dessen Laden ich danach betrat, sofort auf mich zu. Nein, nicht, das kannst du vergessen. Er packte mich und zerrte mich an meinem linken Ohr auf die Straße zurück. Hier wird nichts geklaut. Aber ich rauche doch gar nicht, schimpfte ich wütend. Ich will nur zum Wettersteinplatz. Das sagen Sie alle, lachte der Tabakhändler, zog an meinem Ohr, bis es so lang war wie der Hals einer Giraffe und gab mir einen Tritt in den Po. Zisch ab, ziel eine und lass dich hier nie wieder sehen, drohte er mir und trat zum zweiten Mal zu. Ich fiel der Länge nach auf den Bürgersteig, krabbelte auf allen Vieren zwischen den Passanten hindurch, sprang auf und rannte davon. Ich verfluchte die Schule. Welcher Idiot hatte behauptet, dass man dort hingeht, um fürs Leben zu lernen? Nein, das Leben war anders, ganz anders. Besonders für einen Türken in einer schwarzen und viel zu großen Motorradjacke mit einem Erokesenhaarschnitt, der so rot war wie die türkische Flacke und von dem ein Friedrich Böckmann behauptete, dass er kreuz und quer schielen würde. Doch das war nur eine böse Verleumdung. Für mich war der Nebel um mich herum ganz normal und dass ich, wenn ich im Ballbesitz war, die freistehenden Mitspieler nicht sah. Nur deshalb gab ich nicht ab. Habt ihr das endlich alle kapiert? Auf jeden Fall tat die Wut gut. Sie vertrieb die Angst und plötzlich stand ich wieder auf dem riesigen Platz. Königsplatz las ich jetzt über dem U-Bahn-Eingang und endlich wusste ich, wo ich war. Auf der Schnellbahn- Übersichtskarte im Untergeschoss fand ich den Wettersteinplatz und fuhr vier Stationen zurück. Dort hatte ich Glück. Die 25er Tram kam sofort und 20 Minuten später stieg ich auf dem Grünwalder Marktplatz aus der Straßenbahn aus. Der Fluch des dicken Michi Beim fliegenden Orient-Teppich war das ein Empfang. Die Menschen auf dem Marktplatz erstarrten zu Stein und als ich auf einen der Steinmenschen zuging, begann der zu stottern. Entschuldigung, wo ist der Teufelstopf? fragte ich freundlich. Doch der Steinmensch starrte auf meinen feuerroten Irokesenhaar, kam als wäre ich direkt aus der Hölle entschlüpft. Der, der, der was? stotterten sie alle und liefen davon. Eine ältere Frau hielt mir sogar ihren Krückstock vor die Nase. Zurück mit dir! Ab in den Finsterwald! Verzieh dich in deine Graffiti-Burgen! beschwor sie mich, als wäre ich Graf Dracula und Frankensteins Monster in einer Person. Ich verstand kein einziges Wort. Ich wollte weder in den Finsterwald noch in die Graffiti-Burgen. Ich wollte zum Teufelstopf. Doch vor dem schienen sie sich am meisten zu fürchten. Da entdeckte ich doch tatsächlich ein paar Kerle, die so ähnlich aussahen wie ich. Sie standen wie Gartenmonster in den Beeten um den Marktplatz herum und zupften das Unkraut zwischen den Blumen heraus. Ich ging zum Erstbesten hin. Er war ein monumentaler Chinese, der aussah wie Godzilla oder King Kong. »He, du da«, fragte ich ihn. »Weißt du, wo der Teufelstopf ist?« Der monumentale Chinese zuckte zusammen, als hätte er einen Stromschlag gekriegt. Wie ein Streichholz zerbrach der Spatenstiel in seinen Händen und obwohl dieser Kerl so stark war, zitterte und hüpfte er vor mir herum wie eine Wüstenspringmaus in der Antarktis. »Michi«, rief er, »Michi, komm sofort her und bring die anderen mit. Alle. Hast du gehört?« Er ließ mich nicht aus den Augen und auch ich schaute ihn verwundert an. Die Jeansjacke, die er trug, war vorne und hinten und von oben bis unten mit drei Wörtern bestickt. »Die unbesickbaren Sieger«. Dann erbebte der Boden. Der Atem von dem, was jetzt kam, rasselte wie der eines Pottwals, der auf den Marktplatz gestrandet war. Ich fuhr herum und nur zwei aufgeregte Atemzüge später schälte sich jemand aus dem Nebel heraus. Verglichen mit dieser Erscheinung sah unser Trainer wie ein glatzköpfiges Rehkitzchen aus. Ein Darth-Vader-T-Shirt spannte sich um die Speckschwarten seines Bauchs. Seine Augen glühten wie Laser und die Gestalten, die hinter ihm folgten, dürften selbst im Privatfernsehen erst nach 23 Uhr gezeigt werden. »Hi!« »Hallo«, schluckte ich. »Wisste er, wo der Teufelstopf ist?« »Ich suche die wilden Kerle E.W.« Das war das Zauberwort. Als hätte ich sie vereist, blieben der Pottwal und seine Mistkerle stehen. Sie trauten sich nicht mehr zu atmen und ihre Augen flatterten wie Motten im Licht. »Eh, ist was?« fragte ich sie besorgt. »Soll ich euch helfen?« »Nein, auf gar keinen Fall«, wich der dicke Michi zurück. »Hau einfach ab! Die Straße da neben dem Blumengeschäft und dann immer nur geradeaus. Dann kommst du zum Teufelstopf. Das ist der kürzeste Weg.« Die Angst in den Augen der unbesiegbaren Sieger sagte mir, dass er die Wahrheit sprach. Aus irgendeinem Grund war ich für sie ein T-Rex, der sich auf Futtersuche befand. Sie wollten mich loswerden und wenn sie mich anlügen würden, käme ich, das glaubten sie, wenigstens genauso hungrig zurück. Also tat ich ihnen diesen Gefallen. Ich ging einfach los. Doch als ich das Blumengeschäft nach ein paar Metern aus dem Nebel heraushob, fluchte der dicke Michi hinter mir her. »Aber pass auf! Diese Mistkerle sind einfach die Pest! Sie kleben sich wie Kaugummi und Hundedreck an deine Füße!« »Ja, vielleicht!« antwortete ich und ging einfach weiter. Ich fühlte mich großartig. Diese wilden Kerle mussten mehr als wild sein, sonst hätten sich solche Monster wie die unbesiegbaren Sieger nicht schon beim Nennen ihres Namens vor Angst ins Hemd gemacht. Ja, und was mir am allerbesten gefiel, war, dass mich der dicke Michi und seine Mistkerle fast schon zu ihnen zählten. Für sie war ich fast schon ein wilder Kerl. Ich ging jetzt nicht mehr. Ich schritt. Ich schritt die Straße entlang. Dann schritt ich über den Feldweg und die Hügelkuppe hinauf. Ja, und während ich den Kamm überquerte, tauchte er doch tatsächlich auf. Wie eine Schatzinsel schälte er sich aus dem Nebel. Der Bolzplatz der wilden Kerle. Der Teufelstopf. Sakrarinoceros-Pups! Kumpelkraut- und Krapfenkretze! Verflixte Hühnerkacke! Dreibeiniger Ochsenfrosch! Du schwammelbäuchiger Weltraumpups! Beim fliegenden Orient-Teppich! Im Hexenkessel der Hexenkessel. Ehrfurchtsvoll blieb ich vor dem Tor im Holzzaun stehen und las das Schild, das sich von Torpfosten zu Torpfosten über mir spannte. Das Stadion der wilden Kerle Ewe. Der Hexenkessel aller Hexenkessel. Der Teufelstopf. Beim fliegenden Orient-Teppich! schoss es mir durch den Kopf. Hier wolltest du immer schon hin. Ich schulterte meine Sporttasche und ging langsam los. Mit dem feuerroten Irokisen Haarkamm und in der viel zu schweren Motorradjacke durchschritt ich das Tor. Die Warnung des dicken Michi war längst vergessen. Ich betrat den Teufelstopf und lief tiefer und tiefer in den Hexenkessel der Hexenkessel hinein. Links von mir sah ich den Kiosk und einen uralten Wohnwagen. Davor stand ein wackeliges Fass unter einem riesigen pechschwarzen Regenschirm, der auch als Sonnenschutz diente. VIP-Lounge hatte man in knallorangenen Buchstaben auf ihn gemalt. Doch dann schnalzte ich mit der Zunge. Neben dem Regenschirm ragte ein Holzpfahl in den Himmel hinein und an seiner Spitze konnte ich gerade noch eine Batterie Baustrahler erkennen. Dreibeiniger Ochsenfrosch! Diese wilden Kerle hatten nicht nur ein Stadion, sie hatten sogar eine Flutlichtanlage und selbst wenn alles selbst gebaut war, war es tausendmal besser als der Acker, den uns der TSG Hertha 05 zum Training zuteilte. Nur die erste Mannschaft durfte auf dem Golfrasen kicken. Es war überall so, in jedem Verein. Doch im Teufelstopf war das anders. Hier waren die wilden Fußballkerle die erste Mannschaft. Hier gab es niemanden, der wichtiger war. Ich kam aus dem Staunen nicht mehr heraus und deshalb bemerkte ich die Stille, die mich seit dem Überschreiten der Hügelkuppe umgab, erst, als ich vor ihnen stand. Die wilden Kerle starrten mich an, als wäre ich wie ein Pinguin aus dem Kühlschrank marschiert und für einen Moment stand ich auch genauso regungslos da. Doch dann sah ich Willi, den Trainer, und der lächelte mich doch tatsächlich an. Beim fliegenden Orient-Teppich so ein Lächeln hatte ich noch nie im Leben gesehen. So würde mein Vater ganz bestimmt lächeln, wenn mich die Talentsucher der Bayern auswählen würden. Das gab mir Mut. Zu viel Mut vielleicht, denn da, wo ich herkam, ist man sowieso schon absolut cool. Auf jeden Fall will jeder so sein. Hi, ich bin's, Dennis, grenzte ich Kaugummi-Kaunt. Wo zieht man sich bei euch hier um? Die anderen sagten kein Wort. Besonders Leon und Fabi blitzten mich so feindselig an, als hätte ich ihre Mütter beleidigt. Doch ich war das nicht anders gewohnt. Dort, wo ich herkam, war das normal. Dort, wo ich herkam, war ein Lächeln wie das von Willi, so selten wie eine Eins im Diktat. Deshalb schaute ich mich selbst nach einer Umkleide um und als ich keine entdeckte, ging ich zum Spielfeldrand. Wisst ihr, ich kann nichts dafür, grinste ich. Wilha Hilly hat mich gefragt, ob ich kommen will und Wilha Hilly ist euer Trainer. Habe ich recht? Mit diesen Worten setzte ich mich ins Gras und zog mich seelenruhig um. Leon und Fabi ballten die Fäuste. Ist das wahr? Hast du das wirklich getan? Beschossen sie Willi. Der druckste herum, trat auf der Stelle und schob seine rote Baseballkappe aus der Stirn in den Nacken. Ja, das habe ich, gestand er. Wieso habt ihr etwas dagegen? Wie bitte? wetterte Leon. Ist das ein Witz? Verflixt! Seit wann bestimmst du, wer bei uns mitspielen darf? Das tue ich doch gar nicht, beruhigte ihn Willi. Dennis trainiert einmal mit, danach könnt ihr selbst entscheiden. Heiliger Muckerfuck, Willi, wir sind doch schon zwölf, protestierte Fabi, und das sind schon fast viel zu viele. Ja, in diesem Jahr und im nächsten. Doch dann kommt er in die D. Dann werdet ihr auf dem großen Feld spielen. Mit elf gegen elf und nicht mehr wie jetzt mit sieben gegen sieben. Ja und, kacke verdammte, schimpfte Leon und spuckte ins Gras. Was hat das mit dem da zu tun? Willi zuckte die Schultern. Eigentlich nichts. Ich finde nur, dass man früh genug anfangen sollte zu suchen. Weißt du, nicht jeder Junge passt bei uns ins Team. Bingo, da gebe ich dir recht, spottete Leon. Und der da passt mit Sicherheit nicht. Jetzt wurde ich doch etwas nervös. Und während ich scheinbar immer noch cool meine Schnürsenkel band, klebte meine Augen und Ohren an Willi. Der wandte sich jetzt an das Mädchen im Team. »Vanessa?« fragte er sie. »Erinnert dich das nicht an was? Oder Rocke, was ist mit dir? Wärt ihr beide im Team, wenn man euch so behandelt hätte wie Dennis? Felix, du hast Rocke gehasst und ihr alle hättet Vanessa am liebsten in die Hölle geschickt.« Jetzt war es still. Leon scherrte mit den Füßen im Gras, bis der Boden blank lag. Dann spuckte er aus, schenkte Willi seine tiefste Verachtung und rief, »Also gut, geben wir ihm eine Chance. Aber denkt immer dran, für jeden neuen Spieler, der zu uns kommt, sitzt einer von uns auf der Bank.« Ein Dutzend Rivalen Die letzte Drohung von Leon blieb nicht ohne Wirkung. Die Luft des Spätsommernachmittags war wie elektrisiert. Anstelle von Blickkontakten sprühten Funken zwischen den wilden Kerlen und mir hin und her und Willi setzte noch einen drauf. Dreibeiniger Ochsenfrosch, diesen Kerl ritt der Teufel. Das fand selbst ich so dick, dass ich weiche Knie bekam. Willi entschied sich nicht für die sanfte Methode. Wir spielten nicht Doppelpass oder fünf gegen zwei. Er entschied sich für den offenen Kampf. Das Duell. Und das musste böses Blut geben. Ohne ein Wort der Erklärung steckte er ein Feld von sieben mal zwölf Metern ab. Dann holte er zwei leere Bierträger aus dem Kiosk. Das waren die Tore. Doch er stellte sie nicht an den Seitenrändern auf, sondern Rücken an Rücken in der Platzmitte. Ihr spielt einer gegen einen und wer das erste Tor schießt, gewinnt. Der Sieger bleibt auf dem Platz. Ist das klar? Nein, das ist es nicht, sagte ich. Willi, Willi, warum stehen die Tore so falsch? Leon und Fabi verdrehten die Augen, als hätte ich gerade gefragt, warum der Himmel blau ist. Damit du drippeln musst, denn Ha-Ha-Hannis, spottete Leon, so wie die Bierkästen aufgestellt sind, kannst du von Weitem nicht auf das leere Tor schießen, es sei denn, du schießt so krumm, wie du schielst. Ha-Ha-Ha-Ha, hast du das auch alles kapiert? grinste Fabi, als wäre ich der größte Idiot. Doch sowas war ich gewohnt. Das habe ich euch schon gesagt. Ich nickte nur cool und meine Knie wurden erst weich, als mich Willi auf das Feld rief. Dennis, komm bitte her. Ich musste mich neben ihn stellen. Direkt vor die anderen und dann ließ sich Willi ewig lange Zeit. Er musterte einen wilden Kerl nach dem anderen, räusperte sich, schob die Baseballkappe in den Nacken und wischte sich den Schweiß von der Stirn. Wenn ihr Dennis wirklich als so bedrohlich empfindet, sollten wir ihn auch nicht anders behandeln. Also, Dennis fordert euch heute alle heraus. Er fängt an und er bleibt so lange auf diesem Feld, bis in einer von euch besiegt. Okay, abgemacht, nahm Leon den Federhandschuh an. Aber ich darf entscheiden, wer wann gegen ihn spielt. Ist das okay für dich? fragte mich Willi und ich hätte diese Frage am liebsten verneint. Doch dafür war ich zu cool. Also spuckte ich aus und gab meine Antwort über Willi an Leon zurück. Wie, ja, Willi? Sag ihm, das ist mir egal. Er hat der Sechsrichtige im Lotto, als dass einer mich schlägt. Willi sah mich stirnrunzelnd an. Dann schaute er genauso stirnrunzelnd zu Leon. Der nickte und biss sich vor Zorn auf die Lippen. Dann ging es los. Als erstes schickte mir Leon Rocke als Gegner. Rocke, den Zauberer, den Sohn des brasilianischen Fußballprofis. Er war der Blitzangriff, der Schuss aus der Hüfte. Er sollte das Duell schon im ersten Spiel für die wilden Kerle entscheiden. Und dafür war er genau der richtige Mann. Rocke war so talentiert, als wäre er in Fußballschuhen geboren. Der Ball hörte auf ihn, las seine Gedanken und tat Dinge, die kein Fußball sonst tut. Er sprang vom Fuß direkt in den Nacken, hüpfte von dort auf die Hacke, schlüpfte zwischen den Beinen hindurch, schnellte aufs Knie und von dort auf den Kopf. Und bevor ich es wirklich begriff, stand Rocke, als hätte man ihn dorthin gebeamt, drei Meter von mir entfernt und zum Einschuss bereit vor meinem Tor. Ich schrie vor Schreck auf, sprang über die Bierkästen, grätschte im letzten Moment in den Schuss, den Rocke viel zu verspiegelt und verschnörkelt ansetzte. Dann sprang ich auf, drängte den Zauberer mit angelegten Armen zur Seite, versperrte ihn mit dem Hintern den Weg, kämpfte und rackerte mich um die Bierkästen herum und schoss den Ball kompromisslos scharf ins Tor. Das saß. Rocke und die wilden Fußballkerle machten alle ziemlich lange Gesichter. Doch ich freute mich ein bisschen zu früh. Leon war nicht umsonst der Anführer dieser Nachtschwarzen Truppe. Er war ein gerissener Hund. Er schickte Joschka gegen mich auf den Platz und nachdem ich die siebte Kavallerie blitzschnell und mühelos schlug, folgte ihm Rabban. Rabban, der Held, machte einen Mordswirbel, doch auch er blieb keine 30 Sekunden lang auf dem Feld. Danach fühlte ich mich absolut sicher. Meine Knie waren jetzt wieder fest. Ich konnte mich wieder auf meine Füße verlassen. Doch genau das hatte Leon geplant. Ich wurde leichtsinnig und überheblich. Und als Juli gegen mich antrat, nahm ich ihn überhaupt nicht mehr ernst. Ja, warum sollte ich das? Ich hatte Rocke besiegt und Rabban und Joschka und Juli würde der Nächste sein, den ich schlug. Doch Juli hieß Juli, Huckleberry, Thor, Knox, die Viererkette in einer Person. Und an dem kam keiner vorbei. Wie konnte ich das nur vergessen? Immer wieder rannte ich in ihn hinein, wurde von ihm auf allen vier Seiten umstellt und verlor jedes Mal wieder den Ball. Dann stürmte er los. Und beim dreibeinigen Ochsenfrosch hatte ich Glück, dass Juli kein begnadeter Torschütze war. Zweimal vergab er frei vor dem Tor. Und als ich nach zehn endlos langen Minuten doch traf, war ich völlig geschafft. Ich sank in die Hocke und sah japsend zu, wie Juli auf Leon zulief und die Hand hob. Alles ist gut, rief er, als hätte er gar nicht verloren und Leon schlug ein zum High Five. Ja, solange du wild bist. Dann schickte er Felix als nächsten Gegner zu mir. Felix, halt einfach so lange durch, wie du kannst, rief er ihm nach und schaute mir dabei direkt in die Augen. Der Kerl kriecht auf dem Zahnfleisch und selbst wenn du es nicht schaffst, Felix, einer von uns macht ihn platt, das verspreche ich dir. Und dieses Versprechen galt jetzt nicht nur für Felix. Es galt auch für mich, dreibeiniger Ochsenfrosch. Wenn du erst vier wilde Kerle hinter dir hast und noch acht auf dich warten, dann hängt dir die kleinste Erschöpfung wie ein Betonklotz am Bein. Dein Atem beginnt plötzlich zu pfeifen, die Füße sind schwer und wenn dann einer wie Felix gegen dich kämpft, ich meine wie Felix, der Wirbelwind, dann steckt dir selbst noch das Spiel vom letzten Samstag in den Knochen. Doch was sollte ich tun? Was hättet ihr an meiner Stelle getan? Hättet ihr aufgegeben? Oder hättet ihr vielleicht geheult, dass das ungerecht ist, unfair und fürchterlich böse oder gemein? Pfi, Teufel! Das hättet ihr nicht. Da bin ich mir sicher. Sowas tut kein Mensch auf der Welt. Nicht mitten im Spiel, wenn er die Herausforderungen angenommen hat und wenn er sich irgendwie für einen wilden Kerl hält. Also machte ich weiter. Und nach sieben harten Minuten ging die Nummer sieben mit Asthma, aber ungeschlagen vom Platz. Felix, dem Wirbelwind, folgte Jojo, der mit der Sonne tanzt und der hielt mich neun Minuten lang auf Trab. Markus, der Unbezwingbare, tat sein Bestes als Torwart und Mahle und die Nummer zehn war die Pest. Ihm klebte der Sieg an den Stiefeln. Dreimal kam er an mir vorbei, dreimal traf er den Pfosten und dann nach fünfzehn qualvollen Minuten hatte er einfach nur Pech. Er grätschte in meinen Schuss und lenkte ihn selbst in sein Tor. Der Sieg war geschenkt, doch ich war völlig ausgelaugt. Ich konnte nicht mehr. Aber Maxi, Tipp, Kick, Maximilian, der Mann mit dem härtesten Schuss auf der Welt kam schon auf den Platz. Breitbeinig stellte er sich vor mir auf und sein berühmtes, lautloses, grinsendes Lächeln zeigte mir deutlich, was er von mir hielt. Da hast du dir wohl ein bisschen viel vorgenommen, Türken-Dick-Schädel? Keine Angst, für dich reicht es schon noch, Maxi, bumm-bumm, grinste ich, bis die Zähne zusammen sprang auf und schickte ihn nach einer Minute vom Feld. Ja, ballte ich die Faust. Ja, ja, und nochmals ja. Doch wenn ich Leon oder Fabi damit beeindruckt haben sollte, hielten sie das verdammt gut vor mir versteckt. So, jetzt bin ich dran, rief der schnellste rechtsaußen der Welt und lief auf den Platz. Er stellte sich neben mich, wartete lässig darauf, dass Willi den Ball ins Feld warf. Ich hoffe, du hast dich gut warm gemacht, grinste er, denn jetzt wird es schnell. In diesem Moment warf Willi das Leder hoch in die Luft und bevor ich überhaupt reagierte, war Fabi schon dran. Verflick's schnell beim heiligen Muckefuck, lachte er, nahm den Ball mit dem Kopf, anhob ihn über die Bierkästen auf seine Hälfte und sprintete los. Ich hatte nicht den Hauch einer Chance. Selbst in ausgeruhtem Zustand hätte ich nicht mit Fabi mithalten können und jetzt waren meine Beine schwerer als Blei. Ich musste mir etwas anderes einfallen lassen, wenn ich nicht blöd hinter ihm herlaufen wollte und das, was ich dann in meiner Not tat, das gebe ich zu, war nicht gerade sehr elegant. Ich sprang über die Bierkästen und stellte mich direkt vor mein Tor. Kein Fußball der Welt passte zwischen meinen Beinen hindurch und jetzt war Fabi dran. Jetzt musste er sich etwas einfallen lassen, um mich von dort wegzulocken. Wie ein wildgewordener Indianer rannte er um die Bierkästen herum, als wären sie eine Wagenburg. Hey, den Hahenes, rief er, du Türkendickschädel, mach doch mal was, ich warte auf dich, oder hast du vielleicht zu viel Schiss? Ich ballte die Fäuste. Sowas sagte keiner zu mir, ohne dafür zu bezahlen. Meine Füße zuckten nervös, sie wollten sich Fabi vorknöpfen, doch mein Kopf hielt sie noch mal zurück. Nein, das ist falsch, mach keinen Fehler, nichts tun ist genau das, was ihm wehtun wird, schoss es mir durch den Kopf und ich behielt recht. Fabi rannte wie wild hin und her, suchte vergeblich nach einer Lücke, dann versuchte er es mit Gewalt. Zwei-, dreimal zog er aus zwei Metern ab und donnerte mir das Leder gegen die Beine. Dann nahm er zum vierten Mal Maß und der Schuss, der jetzt kam, hätte Maxi, Tippkick, Maximilian alle Ehre gemacht. Der Ball passte genau in die Lücke zwischen meinen Beinen und dort blieb er stecken. Ein Augenlid aufschlaglang war ich perplex und Fabi hielt sich den Bauch, so musste er lachen, als er sah, wie ich mit angewinkelten Beinen vor den Bierkästen stand, die Kugel genau zwischen den Beinen. Oh, Backe, schaut doch mal her, Denner Hennes hat nen Fußball gelegt. Doch das Lachen verging den wilden Kerlen sehr schnell, denn in diesem Moment sprang ich hoch. Mit dem Ball zwischen den Knien machte ich einen Flickflack rückwärts über die Bierkästen weg und schoss den Ball auf Fabis Seite ins Tor, beim fliegenden Orientteppich. Das zeigte Wirkung. Fabis Lachen verstummte und Leons Gesicht wurde zu Stein. Wütend trat er einen Schritt vor und starrte mir in die Augen. Ja, worauf wartest du noch? flüsterte ich. Komm endlich, damit du wie dein Freund hier verlierst. Leon zuckte und ballte die Fäuste. Doch er konnte sich genauso gut beherrschen wie ich. Ich weiß nicht, ob du das Zeug dafür hast, konterte er trocken wie Knäckebrot. Vanessa, jetzt bist du an der Reihe. Oder lehnst du es ab, gegen ein Mädchen zu spielen, Denner Hennes, ich weiß nicht, vielleicht ist sie ja für dich zu gut. Mich hat sie jedenfalls schon mal besiegt. Ich sagte kein Wort. Ich stellte mich nur neben dem Mädchen auf dem Feld auf und als ihre Schulter meine berührte, schoss mir das Blut bis in die Haarspitzen hoch. Dreibeiniger Ochsenfrosch. Diese Vanessa war nicht nur unerschrocken, diese Vanessa war auch verflixt, noch mal hübsch. Dann rannte sie los. Ihre rotbraunen Haare wehten hinter ihr her und verdattert sah ich zu, wie sie das Leder, das Wille ins Feld warf, direkt aus der Luft nahm und auf mein Tor schoß. Beim fliegenden Orientteppich. Ich war wie hypnotisiert und erst im allerletzten Moment wachte ich auf, grätschte in ihren Schuss, sprang auf und verbarrikadierte wie im Spiel gegen Fabi das Tor. Jetzt war ich wieder hellwach. Jetzt sollte sie kommen. Doch Vanessa dachte gar nicht daran. Sie war mit allen Wassern gewaschen. Zwei Meter vor mir stieg sie auf den Ball und blieb einfach stehen. Dich habe ich doch schon mal getunnelt, grinste sie frech. Weißt du was? Ich wette, das werde ich jetzt wieder tun. Wetten tun nur Deppen, konterte ich und spannte die Muskeln an. Heißt das, du hast vielleicht Angst, spottete sie. Vergiss es, spuckte ich aus. Ich rühre mich nicht von der Stelle. Doch meine Beine bäumten sich gegen mich auf. Sie wollten es ihr beweisen und Vanessa wusste genau, was sie tat. Sie gab dem Ball einen Schubs, die Kugel rollte nach vorn und blieb genau zwischen uns liegen. Dann hast du wohl Angst, säuselte sie wie ein mit Honig überbackener Skorpion. Schade, ich hab wirklich gedacht, dass du ein wilder Kerl bist. Sie schaute mich abwartend an und 20 Sekunden lang hielt ich ihrem Blick stand. Okay, wie du willst. Die Wette gilt, zischte ich und stürmte im selben Moment Richtung Ball. Vanessa reagierte blitzschnell. Ich konnte ihre Bewegung nur ahnen, auf jeden Fall grätschte ihr rechtes Bein vor und ihre Fußspitze buxierte und hatte das Leder irgendwie durch meine Beine hindurch in den Bierträger rein. Ich wollte es einfach nicht glauben. Ich, Dennis, der Sieger, die in Zukunft beste Nummer 9 auf der Welt, hatte gegen ein Mädchen verloren? Und völlig erschöpft und sprachlos sank ich auf die Knie. Leon und Fabi steigen aus. Eine halbe Stunde nach meiner Niederlage gegen Vanessa hatte ich mich immer noch nicht bewegt. Ich hockte auf dem Rasen und beobachtete, was ungefähr 10 Meter von mir entfernt vor dem Kiosk geschah. Dort hatten sich die wilden Kerle versammelt, um über mich zu beraten. Doch die Diskussion verwandelte sich schnell in einen heftigen Streit. Abstimmen, warum? protestierte Leon. Soll ich es euch tausendmal sagen, wir sind bereits zwölf und jeder, der dazukommen wird, ist einer zu viel? Ja, genau, bestätigte Fabi. Wenn ihr Dennis aufnehmt, sitzt einer von euch noch öfter auf der Bank. Einer von uns? fragte Marlon verwundert, dass ich nicht lache. Dennis gehört in den Sturm. Er spielt für Leon oder für dich auf Rechtsaußen. Ja, und wenn er mich fragt, tut er das auch verdammt gut, fügte Vanessa mutig hinzu. Fabi wurde knallrot. Was du nicht sagst, gegen dich hat er doch gerade verloren. Heiliger Muckerfock, wollt ihr einen Jungen in die Mannschaft aufnehmen, der gegen ein Mädchen verliert? Vanessas Augen verengten sich zu schlitzen. Meinst du das ernst? Und ob wir das meinen, sprang Leon seinem besten Freund Fabi jetzt bei. Okay. Ihr habt das alle gehört, fasste Vanessa zusammen. Und wenn das so ist, müssen auch Fabi und Leon die Mannschaft verlassen. Immerhin habe ich sie auf meinem Geburtstagsfußballturnier besiegt. Jetzt war es still. Leon und Fabi schauten zu Willi, doch der sagte wie immer kein Wort. Er war ganz anders als Böckmann vom TSG Hertha 05. Für den waren wir kleine Maschinen, die er fernsteuern wollte. Doch Willi hörte nur aufmerksam zu und er nahm jeden ernst. Egal, was er sagte. Jeder hatte das Recht auf eine andere Meinung. Deshalb wartete er jetzt auf die nächste Wortmeldung. Und damit es nicht ganz so schwer fiel, stand er auf, ging zum Kiosk und verteilte Apfelsaftschorle für alle. Außer natürlich für mich. Ich denke, Vanessa hat recht, meldete sich Malon zu Wort. Denn es ist verflixt gut und er wäre mit Sicherheit eine Verstärkung. Das stimmt, beeilte sich Felix zu sagen. Und wenn wir ihn wegschicken, nur weil wir Angst haben, ist das mit Sicherheit falsch. Dass ich nicht lache, amüsierte sich Leon. Glaubt ihr, ich fürchte mich vor dem Kerl? Nicht vor dem Kerl, sagte Rocke trocken, sondern vor dem, was er kann. Okay. Ich habe es verstanden. Leon stand auf. Ihr glaubt also alle, er ist besser als wir. Besser als Fabi und ich. Er dampfte vor Wut und Fabi dampfte genauso, als er sich neben ihn stellte. Wenn er so ist, warum spielt ihr da nicht mit ihm, schlug er vor. Ganz genau, bestärkte ihn Leon. Doch wenn er kommt, sind wir beide weg. Wusch! Wieder hieb einer mächtigen Axt zertrümmerte dieser Satz jedes Geräusch. Es war so still, wie es nur in der größten Gefahr still sein kann. Und das Blut pochte uns in den Ohren. Ja, uns. Selbst mir ging es so. Das hatte ich nicht gewollt. Das hatte niemand gewollt. Was waren die wilden Kerle ohne Fabi und Leon? Sie waren die Golden Twins, das Twister-Duo, die Konterflutwelle, die wildesten unter tausend. Sie hatten die wilden Kerle bis hierher geführt. Ohne Leon den Slalom-Trippler hätten sie nie gegen den dicken Michi gewonnen, als der ihnen den Bolzplatz wegnahm. Und ohne die Ideen von Fabi, dem schnellsten Rechtsaußen der Welt, wären die wilden Kerle längst unter Bergen von Hausarrest und Fußballverbot lebendig begraben. Ohne Fabis Ideen hätten sie nie das Geld für die Trikots gekriegt, die unbedingt notwendig waren, um gegen die Bayern zu spielen und Trocke den Zauberer zu den wilden Kerlen zu holen. Das alles erfuhr ich erst später. Doch es lag in diesem Moment in der Luft. Das konnte ich spüren. Und ich hielt es nicht länger aus. Ich wollte nicht schuld daran sein, dass die ganze Welt in ein Fass Rübenkraut fiel. Deshalb stand ich jetzt auf, ging zu meiner Tasche, zog meine Straßenschuhe an, vergrub mich in der viel zu schweren Motorradjacke vor meinem Opa und trottete los. Den Blick stur auf die Füße gerichtet, trottete ich an Willis Kiosk vorbei und auf das Holztor des Teufelstopfs zu. Da stellte sich Rabban mir in den Weg. Er schaute mir durch seine Coca-Cola-Glasbrille direkt ins Gesicht. Seine Augen waren so groß wie die von Donald Duck. Dreibeiniger Ochsenfrosch. Er sah aus wie Rabban der Clown. Doch andererseits strotzte dieser Clown jetzt vor Mut. »Wir lassen uns nicht erpressen«, sagte er und schickte einen letzten entschlossenen Blick Richtung Leon und Fabi. Dann zog er zwei Apfelsaftschorlen hinter dem Rücken hervor und stieß mit mir an. »Alles ist gut«, lächelte Rabban und als ich nicht begriff, was er meinte, fügte er ganz ernst hinzu. »Solange du wild bist«, »solange du wild bist«, wiederholte ich lächelnd und goss mir die Apfelsaftschorle über den Kopf. »Beim fliegenden Orient-Teppich, ich hatte es doch noch geschafft. Die wilden Kerle nahmen mich auf.« Langsam kamen sie jetzt auf mich zu. Langsam aber nicht zögerlich, sondern fest überzeugt stießen sie alle und Willi der Reihe nach mit mir an. »Alles ist gut« »und »so haarlange du wild bist«, erklangen die Flaschen und niemand beachtete Leon und Fabi. Die warteten noch ein paar Herzschläge lang. Dann packten sie ihre Sachen, schwangen sich auf ihre Fahrräder und fuhren für immer und ewig aus dem Teufelstopf raus. Die letzte Chance Noch auf dem Heimweg in der U-Bahn hielt ich die erste wilde Kerle Apfelsaftschorle meines Lebens fest in der Hand. So glücklich war ich, und damit es ganz klar war, wie viel mir diese Apfelsaftschorlenflasche bedeutete, malte ich ihr Etikett mit einem Bleistift schwarz an. Nachtschwarz. Nur das wilde Kerle-Logo blieb, weiß, und als wäre sie der Pokal der Weltmeisterschaft, wickelte ich die Flasche vorsichtig in meine Fußballsachen ein und verstaute sie in meiner Tasche. Mir ging es fantastisch, und dass ich aus dem Hort ausgebüxt war, dass ich meine Lehrerin, Frau Hexerich, reingelegt, und dass ich gegen den Willen meines Vaters beim Training der wilden Kerle mitgemacht hatte, das hatte ich einfach vergessen. In Freimann stieg ich aus. Draußen über der Erde war es dunkel geworden, und ich erkannte die Straßen nicht wieder. Die Toreinfahrten stürzen wie schwarze Löcher aus dem Nebel direkt auf mich zu, und bei jedem Geräusch fuhr ich erschrocken herum. Die Schritte, die mich verfolgten, gehörten Räubern, Killern und Kopfgeldjägern. Sie waren alle hinter mir hier, hinter L. den H. Hennis, dem Held der Galaxis. Für seinen Tod gab es 17.000 Sternen Solare in Gold, und jetzt war sie da. Die gemeinste und hinterhältigste Zicke des westlichen Universums. Hoch, hackig und siegesicher lief sie hinter mir her. Ich erkannte sie schon am Geruch, am leise pfeifenden Atem. Darth Hexerich, die letzte aus der Hort-Dynastie am Tor des Karl Orff. Ich rannte los. So schnell wie ich konnte, flüchtete ich. Doch nach drei Schritten prallte ich gegen eine riesige Wand. Die Wand war die Brust von Jabba, dem Bock, dem mächtigen Fritz aus den Härternebeln. Er packte mich an den Haaren, zog mich zu seiner Vulkanglatze hoch und hätte mich sofort gefressen, wenn ich zu allem Überfluss der Schlimmste von allen aufgetaucht wäre. Wie eine schwarze Katze kam er von links. Der Schwarze, Sarsilmas, der Herrscher über alles und jeden und der pfiff Djabba Böckmann zurück. Nein, der gehört mir, sagte Sarsilmas kalt und verwandelte sich in meinen Vater. Darth Hexerich wurde Frau Hexerich, meine Hortlehrerin, und Djabba der Bock, Friedrich Böckmann, der Trainer vom TSG Hertha 05. Mein Vater bedankte sich freundlich bei ihnen. Sie hatten über zwei Stunden nach mir gesucht. So groß war ihre Sorge gewesen, nachdem ich aus dem Hort ausgebüxt war. Doch jetzt waren alle Ängste verflogen. Ihre Ängste, meine ich natürlich, die der Erwachsenen. Denn meine fielen jetzt erst über mich her. Ja, und mein Vater ließ mir alle Zeit dieser Welt, um diese Ängste auch zu genießen. Wortlos gingen wir heim, und in der neunten Etage des Karl-Orf-Bogens Nummer 9 stellte er mich wie einen zum Tode Verurteilten vor den Wohnzimmertisch. Meine Mutter und mein Vater saßen vor mir und schauten mich an. Immer wieder fuhren sie sich mit der Hand durch die Haare. Warum, Dennis? Warum? fragte mein Vater und meine Mutter fügte hinzu. Wir haben es dir doch verboten. Ja, ja, ich weiß, druckste ich herum. Aber sie haben mich heute genommen. Es war total hart. Ich musste jeden besiegen. Das ist nicht die Antwort auf meine Frage, sagte mein Vater und schaute mich noch strenger an. Doch, der Hass ist sie doch, widersprach ich und hielt seinen Blickstand. Böckmann ist immer gemein. Da fühle ich mich schlecht. Doch heute bin ich ganz stolz. Ich habe es geschafft. Ich bin ganz allein nach Grünwald gefahren. Ich habe fast alle wilden Kerle besiegt. Und sie haben mich in die Mannschaft aufgenommen, obwohl es keiner von ihnen wollte. Ja, und jetzt bin ich echt und ganz, wirklich ein wilder Kerl. Meine Eltern schauten sich an und ihre Augen leuchteten hinter den strengen Gesichtern. Ich glaube, in diesem Moment waren sie trotz aller Sorge und Wut auch ein ganz kleines bisschen Stolz. Mama, Papa, ich bitte euch, die wilden Kerle sind die beste Fußballhallmannschaft der Welt. Ein Lächeln huschte um den Mund meines Vaters. Ganz kurz nur. Dann verschwand er schon wieder. Trotzdem, sagte er, ich muss dich beschrafen. Du bist aus dem Hort ausgebüxt, du hast deine Lehrerin belogen und du hast dich gegen mein Verbot aufgelehnt. Ja, das stimmt. Aber das mit Frau Hexerich war nur eine List. Das hast du doch immer gesagt. Wenn man kleiner ist, darf man die Großen durchaus überlisten. Das ist klug, hast du immer gesagt. Und überhaupt nicht gelogen. Mein Vater schüttelte seinen Kopf und er raufte sich seine Haare. Er zog so fest daran, dass es weh tat, nur um nicht grinsen zu müssen. Ja, und mit dir konnte ich erst gar nicht reden, du hast mir nicht zugehört, fügte ich noch ganz schnell hinzu. Trotzdem, sagte mein Vater, musst du eine Strafe bekommen. Die nächsten drei Wochen hilfst du deiner Mutter. Du wirst die Fußballschuhe putzen, hast du gehört? Deine und die von Boran und Tolga. Ich schluckte. Das war echt hart. Nicht das Schuhputzen. Nein, das meine ich nicht. Ich rede vom Drumherum. Meine Brüder würden es so richtig genießen. Sie würden mich ihren Schuhputzer nennen, ihren Diener, ihren Buckligen, ihren Sklaven. Und sie würden es jedem erzählen. Doch auf der anderen Seite kam ich auch verflixt noch mal billig davon. Ich konnte echt froh sein. Ja, denn jetzt raufte sich mein Vater noch mal die Haare und dann malte er mir die Schrecken aus, die ich erleiden würde, wenn ich ihn noch einmal enttäuschte. Okay, abgemacht. Aber wenn du auch aus dieser Mannschaft rausflickst, Dennis, ist es mit dem Fußball für dich aus und vorbei. Ich hielt die Luft an. Das musste jetzt erst einmal wirken. Verflixt für meine Eltern war Fußball alles. Ich habe euch doch von meiner Tasche erzählt und von dem, was mein Vater von mir erwartete. Er war fest davon überzeugt, dass ich es mal schaffen würde. So wie es mein Opa geschafft hatte, dessen Motorradjacke viel zu groß und zu schwer für mich war. Er hat es bis zum türkischen Meister gebracht. Nein, das durfte niemals passieren. Wenn ich mit Fußball aufhören müsste, gehörte ich nicht mehr zu unserer Familie. Dann war ich raus. Ich schluckte. Aber ich nahm die Bedingungen meines Vaters an. Unter Eiheiner Bedingung traute ich mich allerdings noch zu sagen. Du musst zu Böckmann gehen, Bahapa. Ich brauche meinen Spielerpass. Und wenn Mahama ihn selbst zum Landesverband bringen kann, ihr wisst schon, dem in der Briennastraße, dann schreiben sie ihn am selben Tag um. Dann bin ich schon beim nächsten Spiel der wilden Kerle dabei. Meine Eltern hielten sich an der Tischkante fest, als würden sie sich sonst auf mich stürzen. Ich bitte euch, Zybra hauchen mich doch, sagte ich kleinlaut, und dann grinste ich frech. Wisst ihr, wegen mir haben sie Leon und Fabi aus der Mannschaft geworfen. So wichtig bin ich. Ab in dein Bett, befahl mein Vater. Doch so streng das auch klang, so stolz war er auf mich. Mein Vater und meine Mutter enttäuschten mich nicht. Sie taten alles, worum ich sie bat. Ich bekam meinen Spielerpass, und auch das Training lief sauber und glatt. Am Anfang war die Stimmung im Teufelstopf zwar etwas gedrückt, weil Leon und Fabi nicht kam. Doch die wilden Kerle nahmen ihre Entscheidung deshalb nicht zurück. Selbst ihre Anführer durften die Mannschaft niemals erpressen, egal wie gut oder wichtig sie waren. Aber am Samstag war das alles vergessen. Am Samstag ging es gegen die Spielvereinigung Sollen, und das beim fliegenden Orient-Teppich sollte ein Schützenfest werden. Die Sollner waren das Tabellenschlusslicht der Gruppe 8. Sie hatten überhaupt noch keinen Treffer erzielt, und wenn wir sie heute 12 zu 0 schlugen, wären wir auf Platz 2. Dann hätten wir unsere Chancen auf die Herbstmeisterschaft gewahrt. Das erklärte mir mein Vater immer wieder genau, als er mit mir und meiner Mutter zum Teufelstopf fuhr. Es war ein heißer Indianersommertag im Oktober, und die große Motorradjacke von meinem Opa war viel zu warm. Ich war froh, als ich sie im Teufelstopf endlich ausziehen konnte, und dann lief ich zum ersten Mal in Nachtschwarz auf den Platz. In Nachtschwarz. Mit knallorangenen Stutzen und dem wilde Kerle-Logo auf meiner Brust. Nur der Rücken meines Trikots war noch blank. Weder Nummer noch Name standen darauf. Doch das würde sich sehr bald ändern. Davon war ich fest überzeugt. Meine Probezeit war schon heute Mittag vorbei. Dafür legte ich beide Füße ins Feuer. Und ihr wisst, wie wichtig die für mich sind. Dann rief uns Willi zusammen und verkündete die Anfangsaufstellung. Markus, der Unbezwingbare, stand natürlich im Tor. Davor Juli, Huckleberry, V. Knox, die Viererkette in einer Person. Maxi, Tippkick, Maximilian, der Mann mit dem härtesten Schuss auf der Welt, und Marlon, die Nummer 10, regierten im Mittelwelt. Im Sturm lauerten Felix, der Wirbelwind, Rocke, der Zauberer und zum ersten Mal ich. Ich schaute zu Willi und lächelte stolz. Willi trug seinen Nadelstreifenanzug und der war völlig zerknittert. Ich wusste sofort, er hatte das Rennen nach Kamelo zum Baumhaus der wilden Kerle in Julis und Joschkas Garten am letzten Samstag verloren. Aber das war ihm jetzt völlig egal. Willi hatte andere Sorgen. Dennis, band er sich an mich, schob die Baseballkappe in den Nacken und runzelte seine Stirn. Dennis, du musst heute besonders gut spielen. Du spielst heute für zwei, für Fabi und Leon. Die beiden haben blind zusammengepasst. Jeder wusste immer, was der andere tat. Das musst du heute mit Rocker versuchen und mit Felix, Dennis. Deshalb ist das ganz wichtig. Spiel bitte ab. Ich nickte ohne zu zögern. Natürlich wollte ich das. Und deshalb vergaß ich den Nebel, der mich doch immer umgab. Dann wurde es Zeit. Willi legte das Träneamt nieder und wurde Schiedsrichter für das Spiel. Jetzt waren wir auf uns allein gestellt. Doch das waren die wilden Kerle gewohnt. Sie bildeten einen Kreis, legten die Arme um die Schultern des Nachbarn und dann zählte Malo und der Mannschaftskapitän langsam bis drei. Eins, zwei, drei. Ra! Erklang der markerschütternde Schrei. Die Sollner zuckten erschrocken zusammen und beim Anstoß waren sie immer noch völlig konfus. Der Mittelstürmer stolperte über den Ball und im nächsten Augenblick war ich bereits da. Ich hatte die Kugel und mit ihr lief ich direkt auf das Sollner Tor zu. Die Abwehr des Gegners stand verdattert herum. Mit meinem Angriff hatte ich sie total überrumpelt. Dann zog ich aus zehn Metern ab und traf direkt in den Winkel. Eins zu null. Ich rieß meine Arme hoch und rannte direkt zu der VIP-Lounge vor Willis Kiosk. Dort sprangen meine Eltern von ihren Sitzen und nahmen mich begeistert in den Arm. Villa Hilly! rief ich überglücklich. Das war das erste von zwölf. Doch Willi verzog keine Miene. Er war jetzt der Schiedsrichter und nicht unser Trainer und sah mich nur nachdenklich und sorgenvoll an. Selbst beim 2 zu 0, das ich schoss, schien er sich nicht zu freuen und bei meinem dritten Solo verstand ich dann auch warum. Die Spielvereinigung Sollen hatte sich von der Überraschung erholt und ihr Trainer hatte mich sofort durchschaut. »Packt euch den Türken!« rief er. »Der gibt nicht ab!« Ja. Und das taten seine Spieler dann auch. Zu dritt stellten sie sich mir in den Weg und wenn ich nur etwas gesehen hätte, dann hätte ich auch gepasst. Das schwöre ich euch. Rocke und Felix standen mutterseelen allein vor dem Tor. Ein Pass von mir und sie hätten getroffen. Doch ich hatte den Blick auf meine Füße gerichtet und rannte mich fest. Ich verlor den Ball und jetzt griff die Spielvereinigung an. Sie war das Tabellenschlusslicht. Ich weiß, aber wir spielten in einer um ein Jahr älteren Gruppe. Wir spielten gegen eine waschechte E1. Selbst beim Tabellenletzten waren alle größer und schneller als wir und das nutzten die auch knallhart aus. Der Konter, der meinem Ballverlust folgte, führte zum Tor. 2 zu 1 stand es nur noch. Und jetzt nahm Rocke das Heft in die Hand. Er rief mich zum Anstoßpunkt und schob den Ball zu mir hin. Ich sollte zu Malon zurückspielen, während Felix und er in den Raum hineinstießen, um seinen Pass zu erlaufen. So wollten sie in den Rücken der Sollner Abwehr gelangen. Doch ich konnte Malon nicht sehen. Ich sah nur den Nebel und in meiner Ratlosigkeit hielt ich den Ball viel zu lange. Der Sollner Mittelstürmer nahm ihn mir ab und mit ihrem nun folgenden Angriff glich die Spielvereinigung aus. Kreuzkümmel und Hühnerkacke, fluchte Juli. Du verflixt der Türken Dickschädel, warum spielst du nicht ab? Das Blut schoss mir bis in die Haarspitzen hoch und saugte die Farbe aus meinem Irokesenkamm. Ich wurde so rot, dass meine feuerroten Haare dagegen verblassten und auch mein Vater und meine Mutter schämten sich jetzt für mich. Dreibeiniger Ochsenfrosch und alles Pech dieser Welt, das wollte ich nicht. Und deshalb begann ich zu kämpfen. Jetzt war ich überall, vorne und hinten, und beim nächsten Angriff der Sollner grätschte ich in den Ball. Ich hörte nicht, wie Juli noch schrie, Nein, Dennis, lass das, ich hab ihn doch. Nein, ich hörte ihn nicht, und deshalb grätschte ich nicht nur in den Ball, ich grätschte auch in Juli hinein und rammte meine Stollen gegen sein rechtes Bein. Juli ging schreiend zu Boden. Er hielt sich sein Knie und schrie mich jetzt an, Verfluchter Türke, bist du vielleicht blind? Dann trugen ihn Maxi und Malon vom Platz. Juli Huckleberry Fawnox konnte nicht weiterspielen. Ich hatte ihn perfekt ausgenockt, und weil die Viererkette in einer Person durch niemanden zu ersetzen war, lagen wir zur Pause schon zwei zu drei zurück. Die wilden Kerle trafen sich sofort mit Willi am Kiosk, doch ich traute mich nicht mehr dorthin. Dort neben dem Kiosk, unter dem Schirm, auf dem Groß-Wipp-Lounge-Stand, warteten meine Eltern, und ich spürte ihre Blicke auf mir. Daran änderten auch die Zurufe nichts, mit denen mich meine Mutter wieder aufbauen wollte. Dennis, komm schon! Ihr schafft das noch! Du hast gut gespielt! Willi, sag ihm das doch! Dennis hat beide Tore geschossen! Doch die Zurufe wirkten wie ihre Blicke, drückend und schwer, so wie die Motorradjacke von meinem Opa. Und statt zu meiner Mannschaft zu gehen, setzte ich mich auf die andere Seite des Spielfelds ins Gras. So sehr schämte ich mich. Und als Willi zur zweiten Halbzeit anpfiff, sagte ich nur, Willi, heili! Ich mag nicht mehr! So finster wie Rübenkraut Die zweite Halbzeit gegen die Spielvereinigung Sollen wurde zur reinsten Tortur. Willi hatte meinen Wunsch, nicht mehr zu spielen, ohne ein Wort akzeptiert. Und deshalb sah ich jetzt ohnmächtig zu, wie wir gegen den Tabellenletzten verloren. Vanessa, die Unerschrockene, spielte für mich auf Rechtsaußen und Jojo, der mit der Sonne tanzt, kam für Felix auf links. Doch obwohl sie ihre Sache gut machten und obwohl Vanessa und Rocke je einmal trafen, liefen wir dem Rückstand aussichtslos hinterher. Der sechsjährige Joschka, die siebte Kavalerie, konnte seinen Bruder Juli niemals ersetzen und deshalb zogen uns die Sollner davon. Beim Stand von vier zu sieben gegen uns stahl ich mich heimlich davon. Ich ließ alles stehen und liegen, selbst die Sporttasche und meine Motorradjacke nahm ich nicht mit. In Fußballschuhen und im wilde Kerle-Trikot schlüpfte ich durch eine Lücke im Zaun, der den Bolzplatz umgab, und rannte davon. Auf dem Marktplatz traf ich den dicken Michi und seine unbesiegbaren Sieger. Sie hatten ihre Arbeit in den Blumenbeeten beendet und dösten dumpf und träge vor sich hin wie Alligatoren im Sumpf. Doch als ich angerannt kam, öffneten sie ihre Augen. Na, was habe ich gesagt? rasselte der dicke Michi. Diese Bastarde sind einfach die Pest. Die wilden Kerle kleben sich wie Kaugummi und runde Mist an deine Füße. Und tatsächlich trat ich in diesem Moment in einen Haufen hinein. Der monumentale Chinese lachte sich tot und er lachte noch immer als ich längst in der Tram davon vor. Zu Hause in Freimann wusste ich plötzlich nicht mehr, wo ich nicht gehen sollte. Was hatte ich im Karl-Orf-Bogen Nummer 9 noch verloren? Ich war aus der Mannschaft der wilden Kerle geflogen, das war doch klar. Auch wenn ich diesmal weggerannt war, ich hatte nur nicht auf ihre Entscheidung gewartet. Sicher waren sie schon zu Fabi und Leon gelaufen und sicher baten sie die beiden darum, wieder bei ihnen zu spielen. Über mich würden sie einfach nur lachen. Ein paar Wochen lang würden sie das. Denn Herr Hennis, der blinde Türke, kannst du dich an den noch erinnern? Heiliger Mockefuck, selbst Raban und Joschka sind besser als der. Ja, so würden sie spotten. Und irgendwann würden sie mich vergessen. Und auch für meine Eltern würde ich unwichtig werden. Das hatte mein Vater ja gesagt. Dann ist Fußball für dich aus und vorbei. Und für ihn und meine Mutter ist der Fußball ihrer Kinder das Wichtigste auf der Welt. Also, was sollte ich jetzt noch zu Hause? Kann mir das einer von euch vielleicht sagen? Meint ihr, mein Vater fände es gut, wenn ich ab sofort Minigolf spielte? Und aus diesem Grund ging ich an der Nummer 9 des Karl-Orf-Bogens vorbei, nahm den Haustürschlüssel vom Hals, warf ihn mit geschlossenen Augen ganz weit weg, lief auf den Kinderspielplatz und versteckte mich dort unter der Rutsche. Beim fliegenden Orient-Teppich! Krollschuhn und Kümmelkack! Dreibeiniger Ochsenfrosch! Beim allmächtigen Fettnäpfchen Flaschengeist! Hottendottener Altraummacht! Shit! Die Coca-Cola-Glasbrille Gegen sieben Uhr wurde es dunkel und dann eisig und kalt. Zumindest für einen Jungen, der nur ein Fußballtrikot anhat. Um neun begann es zu regnen und der Boden unter der Rutsche verwandelte sich in einen arktischen See. Darin hockte ich wie Obelix im Goldfischglas und obwohl ich wußte, wie peinlich diese Situation für einen Kerl wie mich war, dachte ich gar nicht daran, etwas zu ändern. Ich schlotterte einfach. Denn schlottern hilft, wenn man am Antrinken ist. Wenn man sich verloren hat und nicht mehr weiß, wie man ist, ja, dann hilft es, die Augen zu schließen und einfach zu spüren, ob noch was schlottert und wo. Denn da ist man dann. Da findet man sich dann irgendwo wieder. Es sei denn, man wird süchtig danach. Nach dem Schlottern, meine ich. Dann ist alles zu spät. Dann kann man ohne Schlottern gar nicht mehr leben. Dann heult man mit allen Pudeln, Pekinesen und Sofaschoßratten nur noch den Mond an. Dann hat man sich für immer verloren und dann ist es auch egal, wo man sitzt. Dann reicht einem Obelix auch ein Goldfischglas aus und für mich ist eine Pfütze unter der Rutsche dann der erstbeste Platz. Doch ganz so weit war es noch nicht. Irgendwas in mir hielt noch an dieser Welt fest, denn plötzlich öffnete ich meine Augen. Wie ein Tiger im Dschungel, der aus dem Schlaf erwacht, spähte ich in den Nebel hinaus, der mich wie immer umgab. Ich wurde nervös. Ich bekam Angst. Ich schämte mich sogar schon ein bisschen. Doch zum Aufstehen reichte diese Kraft noch nicht aus. Ja, und dann kamen sie schon. Wie Samurai, die Schwertkrieger der alten Japaner, materialisierten sie sich in den Rändern der wabernden Schleier und kamen stolz auf mich zu. Ich runzelte meine Stirn. Ich wußte nicht, ob ich Angst haben sollte und eigentlich war das egal. Ich hätte sowieso nicht mehr wegrennen können. Und dann mochte ich sie. Ich meine die Samurai. Sie sahen freundlich aus. Sie wollten mir helfen. Ja, selbst wenn es Teufel waren, aus der untersten Hölle, sie kamen nur wegen mir und dann zeigten sie ihre Gesichter. Als Erster trat Marlon die Nummer 10 in den Laternenlichtkranz des Kinderspielplatzes ein. Rechts von ihm folgte Rabban. Auf der linken Seite Vanessa. Und dann standen plötzlich alle wilden Kerle um mich herum. Und genauso plötzlich wachte ich auf. Mein Stolz und meine Ehre meldeten sich wieder zurück und ich sprang entsetzt auf. Doch ich hatte die Rutsche vergessen, die über mir war und stieß mir den Kopf dermaßen an, dass es laut krachte. Bamm! Er ist es tatsächlich, grinste der kleine Joschka. Dennis, du türkendickschädel, tut das nicht weh? Ich ruppelte meine Beule. Was wollt ihr von mir? Zischte ich. Und woher wisst ihr überhaupt, dass ich hier bin? Wir mögen dich halt, zuckte Marlon die Schultern. Und wir haben uns überlegt, was wir tun würden, wenn es uns so mies gehen würde wie dir. Was soll der Mist? Ich verstehe kein Wort, blockte ich ab. Wieso solltet ihr mich mögen? Verarschen hört ihr, kann ich mich auch allein. Das sehe ich, grinste Vanessa. Sonst säßest du wohl nicht so eingeklemmt hier rum. Du kannst mich mal, schimpfte ich. Nein, das kannst du alleine, fuhr mir Rabban über den Mund. Bilde dir ja nicht so viel darauf ein, dass du hier unter der Rutsche hockst. Jeder von uns hat so einen Ort. Ich habe mich zum Beispiel immer im Papierkorb meiner Mutter versteckt und wenn ich das heute noch tun würde, blieb ich schon mit meinem Hinter drin hängen. Das sähe auch nicht viel cooler aus, als das, was du uns hier bietest. Ist dir das klar? Rabban grinste mich an und irgendwie konnte ich nicht mehr anders. Ich grinste zurück. Willst du gar nicht wissen, wie das Spiel ausgegangen ist? fragte mich Felix. Ich schaute ihn überrascht an und mein Grinsen verschwand wieder. Ihr habt verloren, murmelte ich niedergeschlagen. Ja, das stimmt, antwortete Felix. Wir haben verloren. Aber ganz knapp. Sieben zu acht genau genommen. Seht ihr, was habe ich gesagt? flüsterte ich. Und jetzt ist die Herr-Habst-Meisterschaft futsch. Das stimmt leider nicht, widersprach Malon verschmitzt. Der Spitzenreiter hat gegen Unterharing unentschieden gespielt und wenn wir die schlagen, ist beim letzten Match gegen den TSV-Turnerkreis noch alles drin. Aber wie wollte er gegen Unterharing gewinnen? fragte ich völlig entgeistert. Mit dir, antwortete Vanessa. Mit wem denn sonst? Mit dir zusammen hätten wir auch heute gewonnen. Ich schaute sie an, als hätte sie gerade behauptet, ich wäre Ali Baba und seine 40 Räuber in einer Person. Aber ich spiele doch nie ab, werte ich mich. Ja und? Das kann man ändern, widersprach Malon. Nein, das kann man nicht, konterte ich und spürte die ersten Tränen, die sich in meinen Augen sammelten. Das liegt nicht am Training. Das liegt auch nicht daran, dass ich nicht will. Das liegt daran, dass... Nein, ich konnte und ich wollte es einfach nicht sagen. Das liegt woran? fragte Malon und kniete sich vor mir hin. Ich schüttelte energisch den Kopf. Rabban, komm doch mal her, sagte Malon und Rabban war sofort da. Mir liefen die Tränen über die Wangen. La hast mich doch bitte in Ruhe, bettelte ich. Aber warum denn? Nur wegen diesem verflicksten Nebel? fragte Rabban und nahm seine Brille ab. Weißt du, ohne Brille geht es mir genauso wie dir. Ich kann nichts sehen. Ich bin einfach nur blind. Ja und? Du bist Rahaban, der Held bei dir ist das doch völlig egal, beschimpfte ich ihn und bekam sofort ein schlechtes Gewissen. Tut mir leid. Aber weißt du, ich muss die beste Nummer 9 werden, die es auf der Gahanzenwelt gibt. Das erwartet mein Papa von mir. Und hast du vielleicht schon mal einen Mittelstimmer gesehen, der eine Coca-Cola-Glasbrille trägt? Nein, schüttelte Rabban den Kopf und starrte enttäuscht auf den Boden. Das habe ich nicht. Beim dreibeinigen Ochsenfrauschwurm hatte ich ihn nur so verletzt. Doch Vanessa gab noch nicht auf. Ich weiß nicht, ich fände einen Mittelstimmer, der abgibt, auf jeden Fall besser, sagte sie freundlich und ernst, nahm Rabban die Brille aus seiner Hand und setzte sie mir ganz vorsichtig auf. Dann fände ich es auch egal, ob er eine Coca-Cola-Glasbrille trägt, lächelte sie und beim fliegenden Orient-Teppich dieses Lächeln sah ich jetzt zum ersten Mal ganz deutlich und scharf. Dreibeiniger Ochsenfrausch, diese Vanessa war hübsch. Und plötzlich hatte ich nichts mehr dagegen, Ali Baba und die vierzig Räuber zu sein. Plötzlich hielt mich nichts mehr zurück, unter Haching für die wilden Kerle zu schlagen und überglücklich nahm ich Vanessas Hand an und zog mich an ihr aus der Pfütze unter der Rutsche heraus. Dort stellte ich mich neben Vanessa, dehnte und streckte mich und fühlte mich wieder ganz stolz. Ich atmete ein und genoss den Blick in die Ferne. Die Nebel waren verschwunden. Ich konnte mehr als fünf Meter weit sehen. Ich sah sogar noch die Straße, fast fünfzig Meter von mir entfernt. Und ich sah meine Eltern. Sie standen auf der Straße und starrten mich an. Auf jeden Fall sah es so aus. Und im selben Augenblick fiel mir alles wieder ein. Nein, es geht nicht. Schüttelte ich meinen Kopf. Ich muss mit dem Fußball aufhören. Das hat mein Papa gesagt. Wenn ich nochmal weglaufe, ist es für immer vorbei. Ich schaute meine Freunde verzweifelt an. Ja, verflixt, das waren sie jetzt. Richtige Freunde. Freunde, wie ich sie noch nie gehabt hatte und die zu mir gekommen waren, obwohl sie wegen mir gegen den Tabellenletzten verloren hatten. Ja, genau so war es gewesen. Sie waren in Rückstand geraten, weil ich nicht abgespielt hatte und sie hatten nicht mehr aufholen können, weil ich weggerannt war. Sim, selabim, bombastisches Oberglück. Warum musste das Leben so ungerecht sein? Warum war in dem Moment, in dem man alles zu haben, schien schon wieder alles vorbei? Meine Eltern kamen jetzt auf mich zu und für ein paar kräftige Herzschläge lang wünschte ich die wilden Kerle hinauf auf den Mond und mich unter die Rutsche zurück. Doch dann stellte sich Rabba neben mich. Verflixte Hühnerkacke, schimpfte er und legte seinen Arm um meine Schultern. Worauf wartet ihr noch? Dennis braucht unsere Hilfe. Ja, Rabban hat recht, rief Vanessa und stellte sich auf die andere Seite von mir. Ihr folgten Marlon, Rocke, Maxi, Juli, Jojo, Markus und Felix und als Letzter drängte sich Joschka zwischen Vanessa und mich. Alle legten sich die Arme über die Schultern und als uns meine Eltern erreichten, standen wir vor ihnen wie eine Wand. Herr und Frau Sazilmaz, guten Abend, ergriff Marlon das Wort. Ja, wir müssen Ihnen unbedingt etwas sagen, fügte Vanessa hinzu und Rabban grinste verschmitzt. Wissen Sie, Dennis ist gar nicht weggerannt. Sehen Sie? Mein Vater und meine Mutter schauten von Marlon über Vanessa und Rabban zu mir. Zu mir mit dem Irokisenhaar kam uns der Coca-Cola-Glasbrille auf der Nase. Ich sah wirklich aus wie ein Clown, wie ein Clown in einem pitschnassen Fußballtrikot. Das habe ich anders gesehen, urteilte mein Vater knallhart. Ja, aber trotzdem, ergriff Felix das Wort. Felix, der Wirbelwind, für den Giacomo Ribaldo, der brasilianische Fußballstar, persönlich die magische Sieben als Rückennummer ausgesucht hatte. Trotzdem wollen wir, dass Ihr Sohn bei uns spielt, auch wenn er noch nicht die beste Nummer 9 auf der Welt ist und auch wenn das noch ein paar Jahre dauert. Meine Mutter schluckte gerührt und mein Vater trat verlegen auf der Stelle herum. Er räusperte und räusperte sich, doch er bekam den Kloß aus dem Hals einfach nicht raus. Denn Herr Hennes, fragte Joschka skeptisch, geht es Deinem Vater noch gut? Oder ist das Eure türkische Dickschädelart, mit der Ihr vernünftigen Vorschlägen zustimmt? grinste Juli, sein älterer Bruder. Jetzt musste ich lachen. Durch meine Tränen hindurch musste ich das und deshalb hielt ich es auch nicht länger aus. Ich lief zu meinen Eltern und nahm sie fest in den Arm. Papa, ich brauch unbedingt eine Coca-Cola-Glasbrille, lachte ich, wenn ich ein wilder Karl bleiben darf. Und das darf ich doch, oder darf ich das nicht? Du darfst vor allem nach Hause, zog sich mein Vater aus der Umarmung zurück, und zwar jetzt und sofort. Er drehte sich um und ging auf die Hochhäuser des Karl-Orf-Bobens zu. Meine Mutter warf mir einen letzten Blick zu und folgte ihm dann. Ich zögerte noch. Ich gab Rabban seine Brille zurück. Mit gesenktem Kopf reichte ich ihm seine Gläser. Dann quälte ich mich und lief hinter meinen Eltern her. Ich drehte mich noch nicht einmal um, als Rabban mich rief. Dennis! Hey, Dennis! Wegen dir sind Leon und Fabi gegangen. Wenn du uns im Stich lässt, haben wir gegen Unterhaching nicht den Hauch einer Chance. Dennis dreht auf. Am nächsten Morgen holte mich meine Mutter aus dem Schulunterricht heraus. Ohne ein Wort zu sagen, nahm sie mich bei der Hand und fuhr mit mir in die Stadt. Der Augenarzt untersuchte mich und danach bekam ich beim Optiker eine Brille. Ich achtete sehr darauf, dass sie so aussah wie die Coca-Cola-Glasbrille von Rabban. Nur die Farbe des Rahmens änderte ich. Rabban's Brille war rot und meine wurde knallig-oranf. So, und jetzt gibt es keine Ausrede mehr, wenn du in der Schule etwas verpasst, sagte meine Mutter zufrieden. In der Schule? fragte ich sie verdattert. Dreibeiniger Ochsenfrosch. Die Schule scharfe ich mit verbundenen Augen. Die Brille habe ich für die wilden Kerle gekriegt. Hast du das? Meine Mutter sah stirnrunzelnd auf die Uhr. Komm schon. Wenn wir uns beeilen, bist du zur kleinen Pause zurück, gerade rechtzeitig für Mathematik. Habe ich recht? grinste sie und ging aus dem Optikerladen hinaus. Einen Moment, rannte ich hinter ihr her. In Mathe habe ich schon ohne Brille ne eins. Was ist mit Training, Mahama? Darf ich in den Teufelstopf oder darf ich nicht? Du darfst, antwortete meine Mutter. Du darfst. Aber wehe dir, wenn ihr Unterhaching nicht packt. Beim fliegenden Orient-Teppich, umarmte ich sie. Hast du bei Hapa dazu überredet? Ja. Ja, das habe ich, wehrte sie ab. Aber ich bitte dich, enttäusche nicht mehr. Dein Vater hat sich gestern für dich zu Tode geschämt. Nein, das werde ich nicht. Darauf kannst du dich verlassen, küsste ich sie, rannte mit ihr zur Schule zurück, stellte den Mathematikunterricht auf den Kopf und brach dann endlich zum Teufelstopf auf. Der Weg dorthin kam mir kürzer vor denn je. Mit meiner neuen Brille sah ich alles ganz anders. Die Nebel waren verschwunden beim fliegenden Orient-Teppich. Die Welt war so weit und so tief. Überall konnte ich neue Sachen entdecken und diese neuen Sachen gaben mir Kraft. So viel Kraft, dass ich mich am Sendlinger Tor extra für die falsche Fahrtrichtung entschied. Wie an dem Tag, als ich zum ersten Mal zum Training der wilden Kerle ausbüxte, fuhr ich mit der U1 Richtung Rotkreuzplatz und stieg am Königsplatz aus. Dort warteten noch zwei offene Rechnungen darauf, dass ich sie endlich beglich. Zuerst ging ich zum Taxistand. Dort hatte ein Taxifahrer Zeitung gelesen, als ich ihn nach dem Weg fragte. Erinnert ihr euch? Es war meine erste Fahrt durch die riesige Stadt. Ich war ganz allein. Ich hatte meine Brille noch nicht und ich hatte mich komplett verehrt. Doch das war diesem Mistkerl einfach egal. Er hatte seine Fenster geschlossen und mich weggejagt. Jetzt sah ich ihn wieder. Er wartete am Anfang einer ewig langen Schlange von Taxis direkt vor der Rufsäule. Es schien Flaute zu herrschen und aus Langeweile stopfte er sich deshalb den dritten Döner rein. Ich grinste, lief zur Telefonzelle an der Ecke und wählte die Nummer, die auf der Rufsäule stand. Solche Dinge konnte ich jetzt mit Brille ja lesen. Aus 50 Metern Entfernung konnte ich das sogar. Dann blinkte das Licht auf dem Dach der Rufsäule. Der Taxifahrer fuhr aus seiner Lethargie hoch, wuchtete seinen Dönerbauch aus dem alten Mercedes, eierte um den Wagen herum und nahm das Gespräch an. Ja, bitte, meldete er sich. Guten Tag, ich bräuchte ein Tahaxi. Sofort. Sie machen doch Autobahnfahrten, oder nicht? Der Taxifahrer schnalzte mit der Zunge. Ich fasse überall hin, prallte er. Ist das wahr? A-Hauch nach Timbuktu? fragte ich überrascht. Ja, auch dahin ist doch klar, sabberte er, als wollte sich die größte Dumpfbacke des Universums beim Schuldirektor einschleimen. Das ist gut, denn genau da ha muss ich hin, nach Timbuktu, über die Autobahn und durch das Mittelbär durch. Ich konnte mir ein Grinsen nicht mehr verkneifen. Ja, aber wo wohnen Sie denn? Wo muss ich hin? fragte er ungeduldig. Wie bitte? Wohin? Ah, einen Moment, stammelte ich und schaute auf das Straßenschild über mir. Brienne Straße stand da. Kommen Sie bitte in die Brienne Straße Nummero 5. Ah, aber beeilen Sie sich. Ich habe in Timbuktu in einer halben Stunde einen Termin. Der Taxifahrer sprang in seinen Wagen und preschte davon. Er raste bei Rot über die Ampel, zog einen Polizeiwagen hinter sich her und raste direkt auf mich zu. Doch die Polizei holte ihn ein und zwang ihn zu halten. Verflucht! Was wollt ihr denn von mir? schrie er sie an. Ich muss sofort nach Timbuktu. Das ist eine Autobahnfahrt. Wissen Sie, was ich damit verdiene? Die Beamten schauten sich an, als hätte er nicht mehr alle Tassen im Schrank. Nach Timbuktu? fragten sie nach. Über die Autobahn? Ja, und über das Mittelmeer, fügte der Taxifahrer wichtig hinzu. Doch dann sah er mich. Den Türken mit dem roten Irokisen Haar kam. Ich hielt den Telefonhörer immer noch in der Hand und da fiel es ihm ein, dass Timbuktu in Afrika lag. Warte, du kleiner, fieser Ratte, dich schnapp ich mir, drohte er mir, doch die Polizei Beamten hielten ihn fest. Ich aber rannte davon. Ich rannte und lachte und hielt mir vor lachenden Bauch, bis ich das Geschäft des Tabakhändlers fand. Erst dann konnte ich mich wieder beherrschen. Der Mistkerl war die zweite Rechnung, die noch offen stand. Er hatte mich als Dieb beschimpft und an den Ohren aus dem Laden gezogen. Wisst ihr das noch? Ja, und so etwas tut man nicht ungestraft mit Dennis, dem Türken. Vorsichtig näherte ich mich dem Geschäft und ich hatte Glück. Der Kerl saß auf einem Stuhl vor dem Laden und schnarchte in der Altweibermittagssonne brav vor sich hin. Leise zog ich das Pappschild, das sie schon vor Tagen für ihn gemalt hatte, aus meinem Rucksack heraus und schlich zu ihm hin. Ich bückte mich und tat so, als ob ich meine Schuhe zubinden müsste, doch in Wirklichkeit öffnete ich seine Schnürsenkel und knotete sie an den Stuhlbeinen fest. Dann nahm ich die Ärmel seiner Jacke, die über der Stuhllehne hing und band sie um seinen Bauch und seine Arme herum. Jetzt konnte er sich nicht mehr bewegen. Zufrieden hängte ich ihm das Pappschild um seinen Hals, ging auf die andere Straßenseite hinüber und beobachtete aus dem Schatten einer Toreinfahrt heraus, was jetzt geschah. Es dauerte keine zwei Minuten, da kam der erste Passant und blieb vor ihm stehen. Verwundert las er das Schild, runzelte die Stirn, lachte und winkte den nächsten Fußgänger herbei, den er sah, um ihm das Pappschild zu zeigen. Rauchen ist absolut und unendlich giftig, stand er zu lesen, und und Tabakhändler sind böse, deshalb darf mich jeder Nichtraucher am Ohrläppchen ziehen. Die beiden Passanten schauten sich an. Dann grinste der erste, beugte sich über den gefesselten Mann und kniff ihm ins Ohr. Ich rieb mir die Hände, denn der zweite Kniff zog schon viel fester und als der Tabakhändler endlich begriff, dass das kein Mittagsschlaf-Albtraum war, stand schon eine ganze Schlange von Menschen vor seinem Stuhl, die sich nur darauf freuten, endlich an die Reihe zu kommen. Aua! Was soll das? Aua! Seid ihr verrückt? Ich mach euch beide! schrie er und stellte dann fest, dass er gefesselt war. Verflickst noch mal! Aua! Bindet mich los! Doch die Passanten dachten gar nicht daran. Sie zogen ihn weiter am Ohr und dann trat ich aus dem Schatten der Toreinfahrt und grinste ihn an. Der Tabakhändler war so verdattert, dass er noch nicht einmal mehr Autsch sagen konnte. Wortlos sah er mich an und ich winkte ihm zu. Grinzend ging ich davon und erst als ich gut hundert Meter weit weg von ihm war, erholte er sich. Aua! Autsch! Aua! schrie er und ich ballte die Faust und raunte ein. Ra! Denn eines kann ich euch sagen, dieser Mistkerl fasst bestimmt nie wieder einem Jungen ans Ohr. Zufrieden ging ich zur U-Bahn und fuhr mit der U1 zum Wettersteinplatz. Dort stieg ich in die Tram und als ich sie in Grünwald am Marktplatz wieder verließ, lief mir doch tatsächlich die alte Frau über den Weg. Die alte Frau, die mich mit ihrem Stock bedroht hatte, um mich wie einem Vampir zu verjagen. Doch dieses Mal sah sie mich nicht. Sie schleppte ihren Einkaufskorb, der viel zu schwer für sie war. Entschuldigen Sie, da haf ich das Tragen, damit nahm ich ihr den Korb aus der Hand. Die alte Frau lächelte dankbar, doch dann schaute sie zu mir auf und als sie meinen Erokisenkamm sah, blieb sie entsetzt stehen. Keine Angst, lächelte ich. Machen Sie sich überhaupt keine Sorgen, ich hab schon gefrühstückt, ich mein, ich fress sie nicht. Dann trug ich ihr den Korb bis nach Hause und ging mit dem Apfel, den ich dafür bekam, an den Blumenbeeten vorbei. Da standen die Gartenmonster, die einstigen unbesiegbaren Sieger, die, weil sie Juli erpresst und Kamelo angegriffen hatten, jetzt zu Gärtnern und Straßenfegern umgeschult wurden. Hey, Michi, rief ich, deine Prophezeiung war Mist. Die wilden Kerle sind die beste Fußballmannschaft der Welt. Ja, und wie sollte ich in Kaugummi treten oder in Hundemist, wenn einer wie du für Sauberkeit sorgt? Ich biss in den Apfel und marschierte an ihnen vorbei. Ich fühlte mich großartig, wie ein Sportler, der vier Jahre für Olympia trainiert und auf den Tag genau seine Höchstform erreicht hat. Ja, und beim Training im Teufelstopf war ich nicht mehr zu schlagen. Ich trippelte wie der Teufel und zum ersten Mal in meinem Leben spielte ich ab. Unschlagbar reicht noch nicht aus. Nach dem Aufwärmen rief uns Willi zusammen und teilte uns in drei Gruppen ein. Konterfußball stand auf dem Programm und als erstes liefen Marlon, Vanessa und ich auf das Tor des Unbezwingbaren zu. Die Nummer 10 passte den Ball vom Mittelkreis nach rechts außen auf mich. Ich startete, trieb das Leder auf die Eckfahne zu und flankte dann knallhart wie Roberto Carlos in den Strafraum hinein. Dort schoss Vanessa im Tiefflug über den Rasen und versenkte die Kugel Torpedo-Flug-Kopfball-Turbo-mäßig im Netz. Hey, Dennis, rief sie und hob anerkennend den Daumen. Das hätte Fabi nicht besser gemacht. Danach tauschten wir die Position. Vanessa stürmt auf rechts und Marlon spielte linksaußen. Ich lauerte in der Mitte und dort stieg ich hoch in die Luft. Vanessas Flanke entgegen verlängerte sie mit dem Scheidel auf Marlon in meinem Rücken und der nahm den Ball Volley mit links und zog gnadenlos und unhaltbar für den Unbezwingbaren ab. Raaah! ballte er seine Faust und Vanessa rief Alles ist gut! Sie lief direkt auf mich zu und hob die Hand zum High Five. Ja, solange du wild bist, nahm ich das Angebot an und sah direkt in ihr lächeln. So hätte es Leon gemacht, lächelte sie. So, und nicht anders. Und so schießen wir unter Haching bis auf den Mond, rief ich. Habt ihr das Ahalle gehört? Ich schaute erwartungsvoll in die Runde. Ich war so glücklich und stolz wie noch nie. Ja, und das verspreche ich euch. Ich werde Fahabi und Leon ersetzen. Ich hob triumphierend die Faust, doch anstatt Beifall zu ernten, wurde es still. Mucks, Mäuschen, still. Als hätte ich ein Zauberwort ausgesprochen, das alles verstummen ließ, wendeten sich die wilden Kerle jetzt von mir ab, schlichen zum Kiosk und setzten sich müde ins Gras. Nur Willi stand noch im Mittelkreis und musterte mich. Was ist denn passiert? fragte ich ihn gereizt. Was habe ich denn gerade gemacht? Willi runzelte seine Stirn. Weißt du das nicht? fragte er, als wäre es die offensichtlichste Sache der Welt. Du hast gerade behauptet, dass du besser bist als zwei wilde Kerle zusammen. Ganz genau. Und da hast bin ich auch, konterte ich. Und ihr könnt froh sein, dass ihr mich habt. Die beiden sind doch gar nicht mehr hier. Sie haben gekniffen. Genauso wie du, gab Willi zurück. Du bist doch auch weggerannt. Ja, und ihr habt mich zurückgeholt. Ihr habt mich zurückgeholt, weil er mich braucht. Nein. Weil wir dich mögen, antwortete Willi. Und weil du viel von einem wilden Kerl hast. Aber Leon und Fabi sind nicht zu ersetzen. Deshalb bitte ich dich, hol sie für uns zurück. Ich? Willi, Willi, bist du verrückt? Ich denke gar nicht dran, trotzte ich und stapfte zu meiner Tasche, die am Spielfeldrand lag. Wenn ihr Verhabi und Leon wollt, dann holt sie euch selbst. Aber da Hans spiele ich nicht mehr mit. Mit diesen Worten klaubte ich meine Sachen zusammen und marschierte aus dem Teufelstopf raus. Nur Vanessa schenkte ich noch einen Blick und vielleicht war dieser Blick schuld daran, was danach geschah. Als ich die Kuppe des Hügels erreichte, drehte ich mich noch einmal um. Im Teufelstopf setzte sich Willi zu den wilden Kerlen ins Gras. Sie schienen ratlos zu sein, genauso ratlos wie ich. Ich konnte nirgends mehr hin. Zu Hause wartete mein Vater darauf, dass ich ihn wieder enttäuschte und im Teufelstopf lauerte meine ganz große Angst, die Angst, dass ich nicht der Beste war. Ratlos setzte ich mich auf meine Tasche und ich würde noch heute dort sitzen, wenn Rabban nicht aufgetaucht wäre. Rabban und mit ihm Vanessa. Sie hockten sich neben mich und sie sagten kein Wort. Sie warteten nur und schließlich hielt ich es nicht länger aus. Beim fliegenden Eulenteppich sprang ich auf, fuchtelte aufgeregt mit den Armen und starrte die beiden vorwurfsvoll an. Rabban grinste verschmitzt zu mir hoch und Vanessa schenkte mir dieses unerträgliche Lächeln. Dreibeiniger Ochsenfrosch, warum warf ich meine Brille nicht weg, doch dafür war es zu spät. Dann hole ich sie halt wieder zurück, fluchte ich und stapfte davon. Vanessa und Rabban schauten mir nach. Das Lächeln des Mädchens verwandelte sich in ein triumphierendes Grinsen und sie gab Rabban ein lautes High-Five. Dann liefen sie hinter mir her. Das Fußball Schienbein schoner Segelboot Wir liefen kreuz und quer durch die Stadt und fanden Fabi und Leon schließlich auf der Wiese bei der Brücke über dem Fluss. Dort hockten sie am Ufer und warfen Steine ins Wasser hinein. Doch das taten sie nur, weil es nichts anderes mehr für sie gab und trotz aller Feindschaft und Konkurrenz verstand ich die beiden sofort. Dreibeiniger Ochsenfrosch, was sollte ein wilder Kerl denn auch tun, außer Fußball zu spielen? Da gab es nichts auf der Welt, egal, wie sehr man sich auch dazu zwang. Ja, und Fabi und Leon hatten sich alle Mühe gegeben. Ihre Fußballschuhe hatten sie an den Nagel gehängt. Sie hingen hoch oben an einem Baum und der Fußball trieb als Segelboot Luft leer und schlaff auf dem Fluss. Der Mast war ein Stock, den sie ins Ventil gesteckt hatten und die Segel waren die Schienbeinschoner von Leon. Rechts und links neben sich hatten sie Löcher gegraben, die wie kleine Gräber aussahen und in den Schuhkartonsergen darin lagen ihre wilden Kerletrikots. Verflixt war das traurig. Ich hätte mich am liebsten zu ihnen gesetzt und mit ihnen zusammen den Mond angeheult. Doch ich war nicht allein. Rabban und Vanessa waren mit mir gekommen und die waren jetzt richtig schockiert. Verflixte Höhnerkacke, fuhr Rabban sie an. Schämt ihr euch nicht? Was denn aus euch geworden? Doch Fabi und Leon sagten kein Wort. Sie schauten sich noch nicht einmal um. Sie nahmen einfach die nächsten Steine vom Boden, warfen sie hinaus auf den Fluss und versuchten mit ihnen das Fußball Schienbeinschoner Segelboot zu versenken. Hey, ihr Armleuchter, ich bin's, Vanessa. Wollt ihr wirklich, dass euch ein Mädchen so sieht? Doch selbst das war Leon und Fabi egal. Ich konnte es einfach nicht glauben. Ich raufte mir fast den Irokisenkamm aus, so durcheinander war ich. Einerseits wollte ich von den beiden nichts wissen, doch andererseits schämte ich mich für sie. Wie konnten sie sich so gehen lassen beim fliegenden Orient-Teppich? Jetzt reicht's, rief ich, als ritt mich der Teufel persönlich. Heute ist Zahaltag, heute treibe ich meine Rechnungen ein und wir beide, Leon, haben noch eine ganz große offen. Was du nicht sagst, erwiderte der einstige Anführer der wilden Kerle, als hätte man auch aus ihm die Luft rausgepresst. Ja, und was für eine das ist, erinnerst du dich? Der Hamas beim Probetraining von mir, da hast du dich nicht getraut, gegen mich anzutreten. Habe ich recht? Nein, das hast du nicht, widersprach Leon, doch er wirkte schon gar nicht mehr so gelangweilt wie eben. Ich musste nicht gegen dich spielen, hast du das etwa verdrängt? Du hattest verloren. Ja, aber nicht gegen dich. Gegen Vahanessa verflixt. Willst du dich hinter einem Mädchen verstecken? Sag das nochmal, sprang Leon jetzt auf und blitzte mich an. Die Langeweile war weggeblasen und ich hatte ihn endlich da, wo ich ihn wollte. Los, sag das nochmal, drohte er mir. Nein, das tue ich nicht, gab ich entschlossen zurück. Ich sage das erst, wenn ich es ganz genau weiß. Ach ja? Und wann willst du das wissen? Wenn du gegen mich spielst und verlierst, grinste ich. Das kannst du haben, spuckte er Feuer. Wir sehen uns gleich, im Teufelstopf. Damit sprang er ins Wasser, kraulte zum Fußball-Schienbein schoner Segelboot, als ging es darum, eine Goldmedaille zu gewinnen, und holte es aus dem Wasser heraus. Das Duell 15 Minuten später erschienen Leon und Fabi im Teufelstopf. Sie trugen ihre komplette Fußballmontur, um jedem zu zeigen, dass sie kampfbereit waren. Das Spielfeld war abgesteckt. Siebenmal zwölf Meter und als Tore hatten wir zwei umgekippte Bierkästen Rücken an Rücken in der Platzmitte aufgestellt. Ohne einen Gruß ging Leon an uns vorbei, betrat die Arena und stellte sich direkt vor mir auf. Ich spiele unter einer Bedingung, sagte er deutlich und laut. Wenn ich gewinne, kommen wir wieder zurück. Aber Dennis muss gehen. Und wenn du verlierst, fragte ich uneingeschüchtert, dann bleibt es so, wie es ist, erwiderte er ohne zu zögern. Ich schaute ihn an und nickte. Okay, abgemacht. Und es gibt keine Chance für dich, dass wir Ahalle in einem Team spielen? Nein. Was soll das? Hast du Muffe gekriegt? Brauste er auf. Ja, sagte ich und konnte es selber nicht fassen. Ja, ich habe Angst. Ich weiß nur noch nicht so genau, wovor. Das zeige ich dir gern, lachte Leon. Los, worauf wartest du noch? Willi, pfeif an! Willi musterte unsere erhitzten Gesichter und ermahnte uns streng. Das ist ein Fußballduell. Ist das klar? fragte er uns und wartete, bis wir nickten. Gut. Denn wenn ihr einer von euch die Sportlichkeit auch nur ein bisschen vergisst, dann hat er zum letzten Mal in seinem Leben den Teufelstopp von innen gesehen. Leon und ich schluckten. Das war deutlich und ernst und wir wussten, dass Willi in diesem Fall bei keinem von uns eine Ausnahme macht. Dann ging es los. Willi pfiff an und warf den Ball in die Luft. Wir sprangen ihm beide entgegen. Wir warteten gar nicht, dass er auf dem Boden aufkam. Unsere Schultern prallten laut krachend gegeneinander, doch unsere Arme blieben am Körper und deshalb war alles erlaubt. Wir schennten uns nichts. Wir gaben keinen Ball, keinen Zweikampf verloren und nach einer Viertelstunde setzten sich die ersten Zuschauer neben der Außenlinie ins Graf. Nach einer halben Stunde saßen alle dort und nach einer Stunde schickte Willi Marlon und Rocke zum Kiosk, um Apfelsaftschorle zu holen. Auch uns bot er an, eine Pause zu machen, doch wir waren zu heiß. Wir konnten nicht warten. Wir hatten nur einen Gedanken im Kopf. Wir wollten den anderen schlagen. Doch nach zwei Stunden bereuten wir das. Unsere Zungen fühlten sich an wie trockene Schwämme und die wilden Kerle lagen schlafend im Gras. Niemand von ihnen hatte die Kraft, einen so langen Kampf zu verfolgen. Schließlich konnte selbst Willi nicht mehr und bat uns, ohne Schiedsrichter weiter zu spielen. Ja, und als es dunkel wurde, humpelten wir beide vom Platz. Aber wir machten das nur, um die Flutlichtanlage einzuschalten. Dann spielten wir weiter. Erst noch im Stehen, dann auf den Knien und schließlich krabbelten wir auf allen Vieren umher, bis wir auch das nicht mehr konnten. Erschöpft und halbtot lagen wir nebeneinander im Gras. »Morgen geht's weiter«, röchelte Leon. »Was hast du gesagt?« fragte ich genauso undeutlich. »Morgen mach ich dich alt«, zischte Leon. »Okay«, »abgemacht«, murmelte ich. »Und dann spielen wir für immer zusammen«, lachte Leon und legte sich auf meinen Arm. Von Mann zu Mann Als ich nach Hause kam, war es schon weit nach halb elf. Meine Eltern arbeiteten beide und deshalb kümmerte sich tagsüber keiner um uns. Doch in der Nacht war das anders und halb elf war wirklich zu spät. Ganz leise schob ich den Schlüssel ins Schloss und sperrte die Wohnungstür auf. Ich wollte sofort in mein Bett und hoffte darauf, dass man mein »zu spät« kommen am nächsten Tag im Allmorgendlichen auf in die Schule und ab ins Bürostress einfach vergaß. Doch auf dem Weg in das Zimmer, das ich mit Tolga und Sporan teilte, musste ich durch die Küche hindurch und dort stand mein Vater. Er war nervös und vor diesen Nächten hatte ich Angst. In diesen Nächten fiel mir jedes Mal ein, wie wenig ich von ihm wusste. Ich hatte noch nicht einmal eine Ahnung davon, was er tat, was für eine Arbeit er hatte. Doch jetzt war er richtig nervös. Warum, das hatte man mir erklärt. Mein Vater war krank. Das heißt nur, manchmal war er das. Manchmal musste er deshalb sogar im Krankenhaus bleiben. Doch jetzt war er da und sah mich im Lichtschein des offenen Kühlschranks argwöhnisch an. »Wo kommst du her?« fragte er mich und verschüttete dabei die Milch, die er sich in den Kaffee gießen wollte. Ich sagte kein Wort. Ich fragte mich nur, ob es gut für ihn war, Kaffee zu trinken, wenn er nicht schlafen konnte. »Wo kommst du her?« fragte er mich. »Hast du wieder verloren?« Ich schüttelte meinen Kopf. Ich musste vorsichtig sein. »Dann bist du weggelaufen«, warf er mir vor. »Nein, das bin ich nicht«, widersprach ich. »Ich habe mich heute gestellt.« Mein Vater runzelte die Stirn. Ich wusste nie, was er im nächsten Augenblick tat. »Gestellt«, lachte er. »Das ist gut. Das ist sehr gut.« Er nahm seinen Kaffee und setzte sich hin. »Los, komm schon.« »Komm her«, befahl er. »Davon musst du mir sofort erzählen.« Er war jetzt ganz freundlich und seine Augen leuchteten wie Sterne in einer mondlosen Nacht. so liebte ich ihn. Ja, so war er mein Vater. »Jetzt schieß endlich los, Dennis. Wem hast du's heute gezeigt?« »Leon«, sagte ich nur. »Leon wer?« fragte mein Vater und wurde schon wieder nervös. »Leon, dem Slahalum-Dribbler, Torjäger und Blitzpastor-Vorbereiter, dem Anführer der wilden Kerle, dem, der wegen mir aus der Mahandschaft gegangen ist, dem, der mich auf keinen Fall wollte.« »Ah ja?« »Und wieso?« »Wollte Leon wieder zurück?« »Hat er dich zum Zweikampf gefordert?« »Wollte er dich wieder vertreiben?« fragte mein Vater hellhörig nach. »Nein«, antwortete ich. »Ich bin zu ihm gegangen. Ich habe ihn gefragt, ob er nicht zurückkommen will.« »Bist du verrückt?«, schimpfte mein Vater, sprang auf und fegte die Kaffeetasse mit dem Handrücken vom Tisch. »Wieso machst du so eine Dummheit?« »Du bist der Beste, Dennis, das sage ich dir. Du brauchst Leon nicht.« »Doch«, widersprach ich und zog den Kopf ein. »Ich brauche auch Leon und ich brauche auch Fabi. Wir brauchen sie beide, damit wir am Sahamstag gegen Unterharing nicht wieder verlieren.« Mein Vater lief nervös auf und ab. »Das willst du doch auch?«, fragte ich ihn und da blieb er stehen. Er sah mich aufgelöst an, doch seine Augen leuchteten wieder. »Natürlich will ich das, Dennis. Natürlich will ich das.« Ich balte die Fäuste und grub mir die Fingernägel in die Handflächen hinein. »Und was willst du, wenn wir verlieren?« Mein Vater schaute mich verwirrt an. »Das verstehe ich nicht, Dennis,« sagte er. »Weißt du, ich habe heute sehr viel gelernt, und versuchte ich es ihm zu erklären. Ich habe heute gelernt, dass es noch was Wichtigeres gibt, etwas Wichtigeres als zu gewinnen.« Die Augen meines Vaters verdunkelten sich. »Nein, bitte, versteh mich nicht falsch,« beilte ich nicht falsch,« beilte ich mich. »Das ist keine Ausrede, ich will nicht verlieren, aber es könnte passieren, und ich habe ganz große Angst davor, weißt du, ich habe Angst, dass ich das wegen dir auf keinen Fall darf.« »Aber, Dennis, denk doch an deinen Großvater und an seine Motorradjacke, die du immer trägst. Du willst doch so werden wie er, die beste Nummer neun auf der Welt.« »Ja, aber die Motorradjacke ist mir viel zu groß,« erwiderte ich, »viel zu groß und zu schwer, das weiß ich jetzt.« »Und die Tasche?« fragte mein Vater. »Die Tasche habe ich dir geschenkt. Du sollst immer wissen, wie sehr ich an dich glaube.« »Ja, ich weiß,« schluckte ich und machte eine ganz lange Pause. »Aber meinst du nicht, du kannst auch an mich glauben, wenn ich Mahal verliere?« »Weißt du, das könnte mir das Gewinnen viel einfacher machen.« Mein Vater sah mich ganz lange an. Er sah mir ganz tief in die Augen, tiefer als jemals zuvor. Ja, und dann nahm er mich endlich in seinen Arm. Die Spielvereinigung Unterhaching gegen die wilden Kerle E.W. Am Samstag fuhren wir alle nach Unterhaching. Willi hatte einen kleinen Bus besorgt und wir fühlten uns wie Profis. Selbst Leon und Fabi benahmen sich so, als wäre nie was passiert, als hätten sie nie am Ufer des Flusses gesessen. Und dann ging es los. Schon beim Anstoß überrollten wir unseren Gegner. Rocke spielte auf Mahlon zurück und der passte nach rechts außen auf mich. Das hatten wir hunderttausend Mal im Training geübt. Ich preschte los und kurz vor der Eckfahne schlug ich die knallharte Flanke vors Tor. Dort lauerte Leon und warf sich mit dem Fuß in den Ball. Die Ersatzspieler sprangen auf und Willi riss sich die Mütze vom Kopf, doch Leons Schuss prallte gegen den Pfosten. Von dort sprang er ins Spielfeld zurück und mir vor die Füße. Ich legte auf Maxi zurück und Maxi Tippkick, Maximilian zog ab. Unhaltbar schoss der Ball Richtung Tor, aber der Hachinger Torwart stand Markus in seinem Können um keinen Deut nach. Er faustete den Schuss aus dem Winkel. Im Gegenzug verfing sich der Stürm des Gegners in der Fähre-Kette in eine Person. Juli, Huckleberry, Fawn, Knox biss sich in zwei Stürmer fest. Er kämpfte das Leder und passte es Leon nach vorn. Der verlängerte Volley und rückwärts laufend auf Rocke nach links. Dann packte der Sohn des brasilianischen Fußballprofis seine Zaubertrickkiste aus. Er war nicht zu halten, lief direkt auf das Tor der Spielvereinigung zu und trieb den Ball hart nach rechts in den Raum. Dort lauerte ich, von zwei Gegnern bewacht. Doch ich kam ans Leder heran und stoppte es mitten im Lauf. Meine Bewacher merkten das nicht und rannten an mir vorbei. Erst im Tor aus begriffen sie meine Finte und erschrocken drehten sie sich um. Der Ball lag mutterseelen allein vor dem Tor und der Kieper, des Gegners lief schon auf ihn zu. Da kam Marlon. Die Nummer 10. Als hätte er eine Tarnkappe auf, tauchte er aus dem Nichts auf und schlänzte den Ball unhaltbar ins Netz. 0 zu 1. Das lief wie am Schnürchen. Doch die Spielvereinigung unter Haching gab deshalb nicht auf. Nein, ganz im Gegenteil. Sie blies zum Sturm auf unser Tor und nur mit größter Mühe. Und weil Markus der Unbezwingbare selbst die unhaltbarsten Bälle erwischte, retteten wir unseren Vorsprung in die Pause hinein. Doch die war zu kurz. Der Gegner, der ein Jahr älter und zwei Köpfe größer war als wir selbst, forderte seinen Tribut. In der zweiten Hälfte verließen uns unsere Kräfte. Egal, wen Willi auch brachte, ob Vanessa, Jojo, Felix, Fabi, Raban oder auch Joschka, der Gegner war einfach zu schnell. Und schon nach 15 von 25 Minuten der zweiten Halbzeit lag Haching mit 2 zu 1 vorn. Es dauerte bis fünf Minuten vor Schluss. Da erkämpfte sich Leon die erste Chance nach der Pause. Er drippelte sich durch drei Bewacher hindurch und jetzt konnte er schießen und drei bei einer Ochsenfranche. Nein, er wurde gefault. Willi sprang auf. Doch der Schiedsrichter hatte es richtig gesehen und gab den Strafstoß für uns. Den übernahm natürlich Vanessa. Doch was machte sie denn? Sie schoss vorbei. Jetzt war es still. Wir hatten verloren. Die Herbstmeisterschaft war verspielt. Da brachte mich Willi für Rocke. Der konnte nicht mehr und ich trieb die anderen an. In der eigenen Hälfte fing ich einen Vielpass der Hachinger ab und hob den Ball steil nach vorn. Dort lauerte Fabi. Er nahm ihn mit dem Kopf an und lenkte ihn weiter auf Leon. Der hatte noch nicht einmal einen halben Quadratmeter Platz. So wurde er von seinen Gegnern bewacht. Und trotzdem kam er irgendwie an den Ball, drehte sich um sich herum, wurde niedergerissen und schob die Kugel wie einst Gart Müller noch im Fallen ins Tor. Zwei zu zwei und noch eine Minute. Wir konnten es packen, das wusste ich. Und als der Gegner den Anstoß spielte, rannte ich sofort auf ihn zu. Ich lief in den Pass, bekam den Ball unter Kontrolle und stürmte auf das Tor der Hachinger zu. Doch ich war allein und um mich herum schien es nur noch Gegner zu geben. Verflixt! Wo steckten Leon und Fabi? Warum kamen Marlon und Maxi nicht mit mir mit? Doch die konnten nicht mehr. Sie blieben zurück und schließlich konnte ich nichts anderes tun, als wie in der Zeit vor meiner Brille auf meine Füße zu schauen. So kämpfte ich mich durch meine Gegner hindurch, als liefe ich unaufhaltbar wie eine Lokomotive auf Schienen. Und erst als ich mit dem Ball ins Netz fiel, bemerkte ich, wo ich überhaupt war. Doch jetzt war alles egal. Wir hatten gewonnen. Und noch bevor ich mich aus den Maschen des Netzes befreite, warfen sich meine Freunde auf mich. Wir hatten es wirklich geschafft. Und wenn wir jetzt den letzten Gegner, der uns noch blieb, den TSV-Turnerkreis schlagen würden, konnten wir Habstmeister werden. Deshalb bat ich Willi auf dem Heimweg, den Kleinbus auf der Hügelkuppe zu stoppen, die vor unserem Stadion lag. Ich bat alle wilden Karlo nach draußen und wir stellten uns Arme in Arm auf. Wir standen wie eine mächtige, nachtschwarze Wand und steckten unsere Köpfe in den Nachmittagswind. Dann schlossen wir unsere Augen und jeder wünschte sich was. Jeder für sich und ganz leise. Und trotzdem, das weiß ich, und dafür lege ich meine neue Brille ins Feuer, wünschten wir uns alle dasselbe. Rosa und Breit Nach dem Spiel gegen Unterhaching begann eine Rosa-Zeit. So hätte sie jedenfalls Oma schrecklich genannt. Vanessas Oma, meine ich. Doch für mich war diese Zeit eindeutig zu rosa. Die Herbstferien hatten begonnen und ließen uns bis zum letzten entscheidenden Spiel zwei Wochen Zeit. Zwei Wochen, die wir von morgens bis abends in unserem Stadion zubrachten. Von morgens bis abends spielten und trainierten wir dort, tranken in den Pausen eine Apfelsaftschorle mit Willi und erzählten uns unsere Geschichten. Ich erzählte von Frau Hexerich und meiner Flucht aus dem Hort, vom Tabakhändler, der sich ins Ohr kneifen ließ und vom Taxifahrer, der bei Rot über die Ampel preschte, nur um nach Timbuktu zu kommen. Im Gegenzug erfuhr ich vom Sieg gegen die unbesiegbaren Sieger, vom Training auf der Wies am Fluss, von Hausarrest und im Spiel gegen die Bayern, vom Kampf vom Kamelow und von den Graffiti-Burgen, sowie vom Geburtstagsfußballturnier und von zwei rosa Pumps. Ja, und dieses rosa ließ uns einfach nicht los. Langsam wurden wir Freunde, besonders Leon und ich. Doch Fabi schien noch immer etwas zu stören. Er zog sich zurück und wurde ganz wütend, wenn ich Vanessa ansah. Er fand ihr Lächeln anscheinend genauso erstaunlich wie ich. Oder nein, er fand etwas anderes an ihr noch viel erstaunlicher. Den extra breiten Hinterradreifen an ihrem Packer Mountainbike. Ja, das musste es sein, denn eines Morgens erschien er ganz stolz auf seinem Fahrrad und fuhr wie ein Pfau um Vanessa herum. Wir konnten es einfach nicht fassen. Fabi hatte sich einen neuen Hinterreifen besorgt, einen, der noch breiter war als der von Vanessa, doch irgendwie unterschied er sich auch noch durch etwas anderes von ihm. Fabis Hinterreifen war pink. Er hatte leider keine andere Farbe bekommen und so peinlich das auch war. Es wurde zu einer Epidemie. Am Anfang lachten noch alle, doch nur zwei Tage später fuhren drei weitere wilde Kerle mit fetten rosa Reifen herum. Schließlich waren es alle. Alle. Bis auf Leon, Marlon und mich. Ja, und bis auf Rabban. Doch Rabban, der Held, schoss den Vogel ab. Er sollte alles noch übertreffen. Am vorletzten Tag unserer Ferien und nur einen Tag, nachdem Vanessa besonders viel lachte, preschte Rabban auf seinem Zwölf-Zoll-Kinder-Mountainbike den Hügel hinab und auf den Teufelstopf zu. Wir sahen ihn kommen. Und wir sahen auch, wie er die Kontrolle über sein Fahrrad verlor. Das Vorderrad hob langsam ab und stieg in die Höhe. Und dann rauschte Rabban mit einem waschechten Wheelie auf einem waschechten Traktor-Hinterradreifen in den Teufelstopf rein. Vanessa lachte sich tot. Doch die anderen schauten bedröppelt zu Boden. Sie hatten endlich kapiert, was die rosa Reifen aus ihnen machten. Nur Rabban verstand von allem kein Wort. Vor allen Dingen kapierte er nicht, warum wir uns bei ihm bedanken. Doch auch wenn er als einziger seine neuen Hinterreifen behielt, hatte Rabban, der Held, schon wieder einmal die wilden Kerle gerettet. Könnt ihr uns hören? Könnt ihr uns hören? Was wir schwören? Keiner ist nie wieder. Taktik-entscheidung. Taktik-entscheidung. Keiner sind wir wie wir. Taktik-entscheidung. Könnt ihr uns hören? Könnt ihr uns hören? Könnt ihr uns hören? Was wir schwören? Könnt ihr uns hören? Könnt ihr uns hören? Taktik-entscheidung. Keiner so wild wie wir Tag der Entscheidung Keiner ist wie wir Tag der Entscheidung Keiner so wild wie wir Tag der Entscheidung Keiner so wild wie wir Keiner so wild wie wir